Moin Leute, Trimax hier, gerade eingeloggt in Brawl Stars endgültiger Rang, Season ist durch, Master, absolut geil. Wir zocken heute mit Papa Platte, ultra nice. Ich kann euch heute ein paar Tipps geben, ich bin ja Master, es wird ja nicht so schwer sein, dass ich ihn da sehr schnell sehr viel besser mache. Ja, so ist richtig, schön mit der Flamme und dem ganzen Funkel-Stuff, super. Diese Kampfkarte wird nächste Saison gezeigt, ist das earned, ist das earned. Fantastisch, neue Season. Ja, wenn euch Brawl Stars gefällt, also wenn ihr aktiv zockt, gebt ihr nicht zu viel Geld aus, da ist man direkt 10.000 Euro los, wenn man alle maxen möchte, sogar noch mehr. Aber den Season Pass kann man sich ziehen, wenn ihr viel zockt. Wo kann ich den denn kaufen? Da, links ist holen. Einen für 8 Euro, einen für 12, wir nehmen ihn für 12. Er ist Creator Code, ne warte mal, scheiße, gekauft. Halt's mal, so wie ich meine einen Creator Code nicht eingetragen habe, no, nein, ich hab den doch jeden Stream eingetragen. Job, er ist noch drin, er ist noch drin, er hält doch 7 Tage, ich hab doch gestern gespielt. Ja, easy. Guck mal, so kann es euch passieren, dass ihr unterstützen wollt, aber nach 7 Tagen ist der weg. Easy, kein Stress, Creator Code war drin. Hallo, Max. Hallo, Kevin. Was geht ab, Bro? Ich, äh, brauch direkt deine Hilfe. Ja, ich bin da. Okay, pass auf, ich, äh, schalte gerade super viele neue Brawler frei, weil ich hab 5000 von diesen Punkten bekommen. Ja. Ähm, und ich habe zur Auswahl Carl, Daryl und Rico. Also, äh, die spiel ich alle nicht. Ähm, aber ich, was magst du, eher so Sniper oder Nahkampf? Äh, also das, warte mal, nimm Rico, nimm Rico. Ja, ja, Chad, wie hier ist der, den ich, den ich auf den Max hab? Äh, Chad meint den, den ich immer spiele, Edgar. Äh, ich bin immer Edgar, oder most of the time, und Chad meint, dass alle den hassen. Ja, der ist der, der ist der meistgehasste. Okay, gut, ja, super. Aber, äh, du hast doch schon vor 6 Monaten offline Brawl Stars gespielt. Ultra viel, ja, also, ich weiß, es ist nicht crazy, weil manche haben ja... Und Edgar ist dein Main, das ist krass. Ich, ich weiß, super viele haben mehr, ich hab, äh, ich hab 6.000 Trophäen. Okay. Aber da hast du gespielt. Ich, ich muss mal gleich gucken, ich weiß nicht mehr genau, wer mein Favorite war. Ich hätte am Ende, glaub ich, auch keinen Bock mehr auf Edgar. Okay, ich hab Stu, Pam und Griff jetzt. Ich bin Riesenfan von Griff. Okay, Chad schreibt, Stu oder Griff. Ja, Stu ist wieder so, Stu ist halt so Ultra-Mobility-Dodgen-Angreifen. Ah, nee, nee, nee. So High-Skill-Brawler. Also, da sind wir beide zu Arsch für. Okay, nee, 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 dann nehm ich Griff. Griff hat einen der höchsten DPS einfach. Okay. Du stehst im Gras, einer kommt rein, du löscht ihn, der geht weg. Okay, jetzt hab ich Tara, Gene oder Genie und Byron. Alle drei geil. Gene ist viel im Ranked. Tara hat so geile Ults, die alles zusammenzieht. Und Byron ist so ein Sniper und kann heilen. Oh, ich meine, wenn wir jetzt, also wir spielen ja heute wahrscheinlich Duo, ähm, hier das Battle-Real-mäßige, ich komm gar nicht auf den Namen. Ähm, Showdown. Showdown, genau. Dafür ist doch hier dann mega geil, oder? Ja. Aber Gene und Tara sind echt mächtig. Damit kannst du heute Ults zünden und ein ganzes Game gewinnen. Okay, natürlich. Aber nicht in Showdown. Aber nicht in Showdown. Ich nehm mal Tara, die sieht nice aus. Ja, die ist cool. Okay. Wie viel kannst du denn auswählen, Digga? What the fuck? Ich hab 5.000, ich hab meine Postfach aufgemacht, da waren 5.000 Punkte drin. Ich hab keine Ahnung, warum. Geil. Ich hab noch, ich hab noch einen. Jetzt hab ich Carl, Daryl und Goose, oder. Gas. Oder irgendwie so. Das ist gut. Ja, das ist wieder Carl. Die wollen ja unbedingt Carl und Daryl reindrücken. Ähm. Ja, nämlich Gas oder Goose, oder wie heißt. Ja, nimm Goose. Okay, ich kann, glaub ich, noch zwei weitere auswählen. Warte kurz. Bro, eine große Lootbox hier, Alter. Holy shit. Ähm, okay, ich habe... Oh, Piper, 100%ig. Piper. Oh, die ist hot. Ah, die kenn ich. Was konnte die nochmal? Sniper. Ultra krass Sniper. Okay, okay. Guck, der ganze Chat ist auch mit Piper voll. Nur Piper. Ja, okay. Okay, geil. Oh, die würde ich, glaub ich, dann direkt auch mal zocken. Die sieht nice aus. Ja, die macht richtig Bock. Und jetzt hab ich noch einen Legendär, aber den kann ich, glaub ich, nicht voll. Machen. Crow, Sandy oder Leon. Boah, die sind alle geil. Crow, würde ich sagen, oder? Leon macht sich unsichtbar und ist dann insdrin, hat richtig Damage. Crow ist so... Der greift die ganze Zeit an und vergiftet, aber kann auch so reinspringen. Hm, nee, weiß nicht so. Sandy hat so eine richtig fette Ulti, wo so ein Sandsturm kommt, auch geil. Ich glaube, ich würde dann, von dem, wie du es gerade gesagt hast, würde ich Leon nehmen. Ja, nimm Leon. Hört sich im Kurzen an. Wird auch oft gebannt im Ranked, ist echt stark. Okay. Ah, man kann bunnen im Ranked? Ah, ja, aber erst ab Diamond. Ja, da müssen wir hin, Bro. Okay. Diamant ist mein Ziel. Aber wir können entweder Duo Showdown spielen, dann pushen wir Trophäen. Oder wir pushen Ranked. Das ist immer 3 gegen 3. Dann bräuchten wir noch einen Dritten. Ah, Ranked. Ah, okay. Ja, dann lass uns einen Dritten noch holen. Wir könnten uns doch Hugo dazu holen. Aber wir können uns doch jemanden holen, der echt was kann. Ja. Ja, am Anfang sind wir ja eh Bronze. Dann lass, ähm... Ja, entscheid du. Hugo wäre witzig. Also ich glaube, ich würde für die erste Session erstmal für witzig gehen. Ja. Weil ich glaube, dann, weißt du, ich glaube Bronze kriegen wir auch hin. Das Problem ist, wenn wir jetzt so einen E-Sportler holen, Top 6 global, dann gewinnt er die Runden ganz alleine. Wir könnten uns AFK stellen. Genau, das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Das ist es auch nicht. Ja, ich... Dann hol Hugo, dann kann er schön fienden. Okay, ich ruf ihn mal an kurz. Ja. Ruf Hugo an. Alter, sorry, dass wir in der Zukunft sind. Das wusste ich nicht. Achso, ich mach's immer so. Das geht doch viel schneller. Alles klar. Okay, ich weiß nicht, ob... Ist Hugo gerade am Stream-Chat? Hallo? Hi, Bro, du bist on-stream. Streamst du gerade? Ja, ich bin on-stream. Hast du Lust, mit Tramix und mir Brawl Stars zu spielen? Wir machen Ranked und es ist anscheinend nur Dreier only. Und wir brauchen noch jemanden. Ich weiß... Ich kann's schreien, aber ich hatte viele Probleme mit WLAN. Ähm, okay. Ja, wenn du Bock hast. Ja, okay. Okay, dann lade ich dich zum Call ein. Okay. Okay, easy. Hey, Chat, ich weiß nicht, wer... Ich bin alleine im Call. Das war's. Kann sein, ihr seid Silberhardstag. Warum? Musst du ihm rüber? Wie soll ich das denn machen? Habe ich seinen Kanal? Ah, das ist jetzt ein Gruppenanruf. Anruf, beitreten. Warte kurz. Weil ich werde Piper, glaube ich, spielen. Piper? Ja, ich muss dir nur gleich noch hochleveln. Ich zock Melody. Okay. Äh, lass uns mal kurz adden. Wie, äh... Oh, fuck. Wie heißt denn ihr? Geht das so? Zeig ich dir nicht. Du musst Level 9 für Ranked. Achso, ähm... Ja, aber Power Level ist doch nur mit Money, oder? Also, beziehungsweise mit diesen Coins. Das Hochgrinden. Das mach ich gleich noch. Mhm. Ähm... Ich schick dir mal meinen Code rein, äh, Max. Dann kannst du mich kurz adden, bro. Das wär geil. Das hab ich noch nie gemacht. Ich probier das. Oh, wie geht es sonst? Ähm... Sonst hab ich mich immer hinzufügen lassen von irgendwelchen E-Sportlern. Aber das schaffen wir schon. Okay. Ich schick dir meinen Code. Ansonsten kannst du mir auch deinen schicken und ich add dich. Ähm... Schick mir mal deinen. Okay. So, jetzt tippe ich den ein. Ich darf es aber nicht zeigen. Spieler-ID eingeben. Ich mach das jetzt einfach mal, Leute. Ich nimm mir das Ruder in die Hand. Soll ich den einfach leaken? Max, ich könnte dir eine E-Mail schreiben. Oder bei WhatsApp. Ich könnte dir eine WhatsApp-Nachricht schicken und du addest mich. Dieser Spieler hat zu viele unbeantwortete Freundschaftsanfragen. Ich kann dich gar nicht anfragen. Mach mal nochmal, mach mal nochmal. Ja, nochmal den ganzen Code eintippern. Also, warte, ich hab Freundschaftsanfragen noch aus. Warte, 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 warte. So, jetzt. Okay, abgeschickt. Freundschaftsfrage gesendet. Bist du Trimax? Ja. 22.000 Trophäen? Ja. Hab ich angenommen, geil. Ich kann spielen. Okay, geil. Hugo, du müsstest einmal Trimax adden oder mich. Einen von beiden. Trimax, bitte. Was denn? Darf ich nicht adden? Ja, klar. Geil. Wie heißt du? Hast du mich schon geaddet? Nee. Nein, wie heißt du? Ähm, wie heißt ich? Du brauchst meinen Code, oder? Ähm, ja. Deine ID. Scheiße, schick du mir mal deine. Okay. Gut. Ich schick Discord, wenn das geht für dich. Ja? Warum sagst du das so? Ich weiß nicht, weil du bist doch Rentner. Ja, ich, äh. Ich füge dich jetzt hinzu. Mach mal deine Freundschaftsanfragen an und lösche mal ein paar. Wenn du zu viel hast, geht das auch nicht. Ja. Ich lege gerade alle ab. Ich habe dein Code leaked. Hast du echt? Nein, habe ich nicht. Ja, ich habe meinen selber gelegt. Alles gut. Ich habe ihn auch gerade selber gelegt, aus Versehen. Okay. Hat geklappt? Scheinwegs. Ich hoffe nicht. Sauber. 1.900 Trophäen? Ich... Komm mal, FG1. Ja, sehen wir gleich. Ich, ich, ich spiele erst aktiv seit, äh, aktiv seit drei Wochen wieder. Du hast in drei Wochen... Nein, 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 nein. Hey, hey, hey. Ich spiele nicht acht Stunden am Tag. Ich habe leider business zu tun. Ich auch? Nein, du hast nichts. Okay. Lade mich ein Ja Ich lade euch beide ein Das ist praktisch, ihr seid immer ganz unten Meiner Friendlist Einladung abgelehnt Papalata hat nicht Stirn an Kann man irgendwie diese Epic IDs Anfangen da ab Du stellst Fragen Weiß ich nicht Was für IDs Diese Weißt du Ja Ja Oh ich glaube ich weiß wie Oh ja ich hab Ich hab aus, passt Oh ich hab mein iPad Seit einer Woche und ich hab jetzt schon mein Ladekabel verloren W Was hast du, ist doch einfach USB-C Ja und ich hab jetzt ein anderes genommen Von Marshalls Handy Aber Ja Ja Ich weiß nicht, man irgendwie Ladekabel verschwinden bei mir immer Ja hab ich auch Ja und dann hab ich einmal was gemacht, damit das nie wieder passiert Ja Was hast du gemacht? Du hast einfach Tausende gekauft 30 bestellt Oh Ich hab letztens in so einem Extrafach im Rucksack vier Ladegeräte gefunden Da verschwinden sie eigentlich immer, aber ich hab einfach richtig extra, richtig extra Weißt du Oh mein Gott Ich hab überall 100 USB 3.0 Kabel gekauft Ja Okay Auf was warten wir? Auf Kevin Dass ich ihn einladen kann Oh Das klappt Er ist grad ingame Mach ich ihn auch mal wieder an Zeig mal deine Brawler Warum? Ich hab alle Was soll ich da zeigen? Hast du Star Shelly? Ja No Ich auch Du auch Natürlich Du bist der größte Rando Wieso hast du Star Shelly? Ach klar, was du für ein Komm 1 gegen 1 Wir warten auf Kevin Komm Ich weiß nicht, wie 1 gegen 1 geht Gib mir Leader oder so Ist das Star Shelly? Das ist Star Shelly Ja, easy Wow, ich hab das Spiel gespielt, bevor es überhaupt jemand wusste Ich auch, ich auch Ich war krank aus Ich hab extra auf Finnland gestellt Ich hab neuseeländische Apple ID Das ist sogar noch weiter weg Ja, okay Gewonnen für mich Star Shelly ist die seltenste Ja, einmal auf 11 machen stimmt Ähm, ich find Piper übelst geil Ich level die kurz hoch Ich find Melody auch geil Ja Warum sagt sie jetzt beide so komisch Ich find sie einfach gut zu spielen Und ich mag das Game Design von der Ja, das mein ich halt Okay Achso Okay, ihr müsst mal ganz kurz helfen Ähm, ich hab jetzt hier Äh, also ich kann jetzt halt Gadgets auswählen Ausrüstung, Star Power und so Kennt ihr euch da aus? Ich sag dir das Okay, automatische Zielvorrichtung Oder Geheimrezept 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 Alle schreiben aber, ich soll das linke nehmen Also wirklich alle Alle schreiben L und es ist scheiße Hör auf mich, hör auf mich, Bro Okay, was denkst du? Warte, ich muss da jetzt schon gucken Ihr liest jetzt einfach mal vor, was im Chat steht Ich find Geheimrezept da Du wirst Piper nur auf Sniper Maps spielen Du kannst auch nicht immer Piper spielen Dann verlieren wir übertrieben hart Alter, ist das so tryhard? Natürlich Ist das richtig so mit Pickphase? Ich hab, ja Ja, nimm das, was Spaß macht Tempo, Sicht, Trefferpunkt, Schild Nimm Damage einmal, Schaden Damage und Schutzschild Die Faust Die Faust und das Schutzschild Okay Äh, erhalte 900 extra TP als Schild Okay Okay, und dann Star Power Hab ich Heckenschützin Oder schnelles Snipen Beides auch geil Ich Die E-Sporter nehmen schnelles Snipen Aber ich mag es auch gerne Einfach mal im Busch zu sein Und dann mehr Damage zu machen Achso, nee, nee Find ich dann schnelles Snipen Geiler, okay So, und dann hab ich noch Dann brauchst du auf jeden Fall Noch ein Piper Skin, würde ich sagen Achso, ich kann noch eine Ausrüstung picken Oder hab ich die jetzt schon? Warte mal Nee, du musst die Faust noch auswählen Ah, okay, okay Du hast eben beide gekauft Jetzt musst du noch die andere auswählen Ja, 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 check Okay, geil Ähm Die ist jetzt auf Maximum, ne? Ich glaube, ich bin jetzt Die ist auf volles Maximum Kauf dir noch ein Skin Oh, soll ich? Ja, Digga Wenn du schon Piper spielst, sind gute Skins Geil Ähm, warte, wo kommt's? Auf den Kreidehaken? Ah, ja, ich seh's, ich seh's hier oben Boah, was nehm ich denn? Stargold Piper? Nee, find ich Ich meinte, die goldenen mag ich gar nicht so krass Ja, die sind auch nur für den Flex Weil die unendlich teuer sind Die sind einfach nur unendlich dumm teuer Boah Da musst du ganz viel spielen Wähl mal aus, ich will auch sehen Mondlich Kann er nicht auswählen Ich muss die ja kaufen, Bro Ach, der Guckst du auf meinen Stream schnell Oh, holy shit Hier ist so eine Samba-Tänzerin Ich hab auf jeden Fall noch genug Gems Ich kann mir sogar einen auf Nacken holen Ich hab Schmetterling Piper Die war bei mir sehr beliebt Nimm Choco Piper Choco? Die hab ich gar nicht Doch, nimm die Ach, die hier Nee, die find ich lame Nee, ich mag Schmetterling Piper am meisten Nee, die hab ich auch Die hab ich mir gekauft Die hab ich auch mir gekauft Ja, die hol ich doch, oder? Da haben wir alle drei gleichen Skinner Weil der ist auch gut Ja, komm rein Yo Hast du grad meinen Skin angebillt? Nein Okay, hab ich die schon gekippt gerade? Wie bitte? Ich hab die noch nicht gekippt, glaub ich, ne? Jetzt Nehmen wir sechs Oh ja, geil Alter, Hugo, wen hast denn du, Junge? Ja, die ist krass, ne? Alter, what the fuck? Warte, warte, warte Ich hab auch ein anderes Skinner, der ist auch krass Hier Ja Ja, find ich auch nice Okay, ähm, sind wir schon Ist alles richtig eingestellt, ja, ne? Ja Okay, ich hab Ready ab Mach du auch Ready, Hugo Wahrscheinlich ist es doch nicht richtig eingestellt Haben wir schon Rangliste ausgewählt? Ja Ja, haben wir, geil Dann ist alles super Okay, geil Muss ich bei Rangliste Ist bei Rangliste irgendwas anders als beim Rest? Ja, ich will gehen rein Da gibt's verschiedene Modi Und, ähm, du musst auch alles können Guck mal, jetzt zum Beispiel Brawl Ball Checkt ihr, ne? Mit dem Durchschießen Ja, ja, Fußball, easy Okay, Insta-Ticken Alter, okay, jetzt ist jetzt richtig eine Pick-Phase Hier ist Melody halt die allerbeste Ja, ich picke Piper Da machst du Piper mit Damage Hä, ist ja übergeil Okay, okay, geil What the fuck Ich bin zu langsam Wähl doch aus, hä Ich find Sandy nicht Digga, du hast so viele Brawler-Water Ich hab zu viele Du trollst Oh mein Gott, Bro Erste Runde, er toll Haps, haaps, haaps Hab Sandy, bin Mid-Ranger Wir haben einen Nahkampf Einen Mid-Ranger Und einen Full-Range Ja, ja, ich war Master Letztes Season Das ist das Höchste Ich war Platz 800 Deutschlands Okay, okay, Max, passt zu dir? Warum? Ich pass zu Hugo Schön, sehr gut Ich stun die Sau hier links Schieß vor, schieß vor Kevin Ja, mach ich, komm Ham ist gestunnt Ich mach hier fest hin Die Gegner sehen uns nicht Tötet ihn nur dann schießt Trag den Ball auch mal gerne ins Tor Okay, das war jetzt ganz schlecht Warum sehen wir uns nicht? Oh, wie krass Die haben uns nicht gesehen durch meinen Stuff Crazy Ich hole den Ball Alter, Hugo Ich bin fast down Ich bin down Oh, Frack Ey, sorry, ich bin mega useless gerade Aber wir sind noch im Bronze-Chat Hier ist noch alles verkraftbar Ey, wir sind Brawl-TV Also wir haben 100 Zuschauer im Gegend Ja, da weiß man auch nicht, ob das stimmt Ja, das ist, ich hatte auch mal 40k Sauber Ich hole Ball Den hole ich mir, den stoppe ich mir Ich trinke mich durch Mach uns hier wieder unsichtbar Du musst aber ein bisschen Wie lange bin ich da unsichtbar drin? Solange du drinnen stehst Seien sie stehen direkt vor dir Ach, Digga, oh mein Gott Meine Schüsse sind ja mega Arsch Ey, mach dir auch manchmal so automatische Schüsse Oh Ja, wenn er in dir drinnen steht Musst du safe automatische Schüsse machen Okay Easy Sie bekommen gegen Bots nichts auf die Reihe Waren das Bots? Nein, das waren einfach 60 Spieler Okay, ist das Rank-Match jetzt quasi vorbei? Nein Ist Best of 3 Wir haben eine Runde gewonnen Aha Was, ist hier nur eine Runde? Ja, ist immer nur eine Runde, hä? Digga, ich dachte, du spielst 8 Stunden am Tag Achso, weil wir so low elo sind Ist das später Ist das später Aber bis DIA Ah, DIA ist es Best of 3 Ja, guck mal, easy Dann können wir da jetzt durchcrushen Komm, nächstes Game Ja, easy Warte mal, lass mal kurz gucken Ja, perfekt Also, wenn wir 15 Games gewinnen Dann sind wir schon Silber, glaub ich Ja, perfekt Wir müssen Also, Diamant ist Ziel Diamant ist Ziel Ja, jeder, der über meinen Shopcode auf Diamant kommt Ja Bekommt 2 Euro für mein Pool Und wenn wir insgesamt Also, das Cash, was am Ende da rumkommt Mach ich für Charity oder für Giveaway Okay, geil Ist ganz nice Dann scanne ich den auch noch später Weil Diamond ist free Du musst es machen, bevor du Diamond bist, ne? Ah, okay, ja, gut Ey, warte, warte, das ist dumm, Hugo Nein, das mach ich jetzt Ich würde einfach nochmal Piper zocken, Leute Oder Dynamike, find ich auch sehr geil Oh, dann lieber Piper Okay Ist Dynamike scheiße? Ne, der ist aber, der, also Oh, warte Mir reicht die Zeit nicht Digga, warum hast du so viele Brawler? Ich hab's verkackt Ich hab die Zeit nicht Ich hab jetzt was ganz Mieses gewählt Melody ist in Hotzone gut Ja, ja, wir müssen mal gucken, welcher Modus ist Kann auch sein, dass du Oh, Mist Ich hab den 100% Bug Was heißt, was heißt das? Alle 100 Spiele Startet dein Spiel einfach nicht Ihr seid nur zu zweit jetzt Ein Bot lenkt mich Nein Ey, ich hab das Gefühl Piper ist turbostark, Junge Ja, die Range ist halt ultra OP Ja, ja Guck mal, wir nutzen hier alle Ich nehm einen Alter, die Gegner haben Mr. P Äh, Hugo fällt zurück Ja, hab einen Ich, ich, ich heal Junge, easy Wir rushen hier easy durch Einer muss immer in der Hotzone stehen Ja Äh, geht es schneller? Das wusste ich nie Geht es schneller, wenn mehr Leute drinstehen? Nein Dachte ich auch immer Okay Digga, was für er denn? Ich geh rein Nice Ey, Broils ist halt auch eine relativ große E-Spot-Szene Oh, shit Ich bin so ein Bot Hat sie Weil ich hab letztens so einen TikTok gesehen Von irgend so einem Typen, der bei NRW zockt Ja Und der musste die Frage beantworten, was für ihn sein Broadsters-Vorbild ist Holy shit Schön, 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 schön Das ist ein easy W Gar kein Problem Bro, aber die Gegner sind halt wirklich Arsch, ne? Das könnten, also das waren Alter Das könnten Botsch gewesen sein Alter Sag's nicht, sag's nicht, Trance, bitte Alter, Kevin, Starspieler Ja, Leute, was soll ich nicht sagen Nice Warum ist er Star-Spieler mich nicht? Ja, weil du schlecht bist halt Nein, nein, nein Komm, jetzt geh rein Oh, ich muss ganz kurz zwei Boxen aufmachen Einen Moment Adi, Battle Pass, Battle Pass Ich auch Junge, ich hab hier, ich versuche hier gerade Leon freizuschalten Der, äh, ich brauch 3.800 dafür Heidi, die muss immer mehr Ja, aber ist geil Ich hab leider schon alle Und wenn du dann noch die Punkte sammelst Krieg dir das nichts, außer irgendeine Rangliste Ähm, ja Bereit, wenn ihr es seid Ja, sorry, warte jetzt Mach kurz Ingame-Mucke noch an, oder? Habt ihr so Hintermucke an, oder? Wie macht ihr Ingame-Musik an? Ich hab Ingame-Musik an Oder gar keine Musik Ist auch Ingame-Musik, ne? Oh, was? Oh, das ist eine neue Modifier Die kenn ich gar nicht Warte mal Spiegel was aus? Sicke Beats Alle Baller sind gegen Betäumungen und Verlangsamungen immun Okay Das ist ein neuer Modus Dann nehm ich trotzdem Piper, oder? Was ist ein Knockout nochmal? Das ist so, wenn einer raus ist, ist der für immer raus Und dann ist es so Rundenbasiert, ne? Oh ja, stimmt Das ist ein geiler Modus Der ist geil Hallo Was denn? Ich hab für wieder nicht gewählt Ich krieg's Ey, ganz ehrlich Diesen Rank-Modus hab ich immer mit eSport lang gemacht Und die haben immer für mich vorgepickt Dann musste ich das nur nehmen Ich hab noch nie selber gepickt Bro, Digga Ich hab die schlechtesten Teammates Das ist ja crazy Ich bin einer der besten Brawl Stars-Spieler Du checkst mich Ja, okay, Bruder Ich hab nur scheiße Internet-Probleme Es leckt alles bei mir Ja, ist gar kein Problem Ey, wie heißt es nochmal hier? El Brawlo? Wie heißt der? El Brawlo ist es El Primo! El Primo, ja genau Genau, den war ich El Brawlo ist krass Ey, meine Ult ist doch eigentlich gut, um wegzukommen, oder? Ja, ja Wenn die voll in dich reinengagen Dann kannst du sie Kannst aber auch Sachen aufsprengen Für uns Dass wir dann mehr Vision haben Ja, ja, okay, klar Auch gut Ich finde, als Zuschauer Checkt man, glaube ich, jetzt gar nicht so richtig Was der Modus ist Weil wir so crazy easy gerade noch gewinnen, ne? Ja, jeder hat ein Leben Digga Kann halt geil sein, wenn irgendwie Wir sind beide down Nur noch Hugo lebt Und dann tötet er zwei Und sowas Oh, genau, genau, genau Aber gerade ist es noch wirklich easy Aber ich glaube, es wird doch Ja, ja Ich weiß nicht, ab wann wird es schwerer? Silber? Gold? Boah, schwer zu sagen Es gibt halt Der Spielerpool ist halt gewaltig, ne? Ich war letztens in der Bahn Jeder Fünfjährige Bis Neunjährige Hat die ganze Zeit Einfach nur so ein Rotes WLAN-Signal Und keiner Und ich habe Verbindungsprobleme In der Bahn Und die Faced du jetzt hier halt auch, ne? Ehrlich Okay, Hotzone ist das mit dem Wo wir in dem Ring stehen müssen Und die Prozente hoch stacken, ne? Und was ist dieser Modifier? Der Modifier ist Da kommt immer was dazu Aber ist immer unterschiedlich einfach Ist immer unterschiedlich 50% ist klassisch Jetzt ist klassisch Jetzt ist kein Modifier Was ist das? Das sind keine Bots Das sind keine Bots Oh, der ist Mythic, der Gegner Die sind auf jeden Fall jetzt nicht schlecht Okay Der war Mythic letzte Season Ja, die holen wir Ich bleib drin, egal was passiert Das ist nicht so gut Betont Oh mein Gott, Hugo, du bist so arsch Pass auf, hier diese Bean ist links Oh ja, hier ist alles voll jetzt Ist down, ist down, ist down Können diese Bomben irgendwie hochgehen? Ne, ne? Welche? Gute Frage Ja, ich brenne Ich bin verbrannt Wir haben zwei Sniper Das ist sehr lost in dem Modus Ich hab riesen Probleme beim Auswählen Alle Brawler Die Biene hat jetzt diese krasse Attacke Achtung Ich sterbe Oh, ich bin Ja, fuck, sorry, my bad Okay, aber wir sind immer noch am Führen Geh in die Mitte Ja, aber ich bin noch Sniper Sollte es nicht irgendwie hoch machen Wir spielen hier völlig falsch, Digga Brauchen wir hier nicht auch irgendwie einen Tank Oder so, Leute? Ja, ja, ist völlig lost gewählt Was, Digga? Okay Pass auf, die Biene hat eine Starke Und die Dien Die spielen gut, die spielen gut Oh, mein Gott Wir haben ganz, ganz schlecht Oh, mein Gott Wir haben ganz schlecht gepickt Oh, mein Gott Wir werden nie Diamant erreichen What the fuck Digga, was passiert? Feuer! What's the hell? Also, wir können es noch holen Das ist noch nicht over 50-50 gerade Äh, Hugo, übernehme du Geh nicht zu weit vor Geh nicht zu weit vor Also, Hugo feedet einfach straight Ja, Hugo ist richtig Arsch, Bro Hugo ist ja bad Meintest du, du bist der beste Brawler? Mann, Junge, du bist so Müll Bruder, ich bin der Einzige, der Prozente geholt hat Das ist so ein Bullshit Ja, ich bin gut Wir stehen halt die ganze Zeit im AOE, Leute Wir müssen uns abwechseln Ja, ja Oh, mein Gott Wir sind stuck in Elo-Hell Wir werden niemals aus Bronze kommen Warum brenne ich denn so lange? What the fuck? Okay, jetzt, 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 schön Ich glaube, ich push ein bisschen rein Ja, mach das Halt sie weg Ja, gut mit der Ult Geil Nice Damit die Heck weggeburstet Rein, 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 rein Hugo, geh rein Ein, da muss immer drinnen stehen Du musst dich reinstellen und dich nur aufs Ausweich konzentrieren. Wir holen das, wir holen das. 95% Leute, wir haben das. Oh, das wird jetzt knapp. Jetzt müssen wir noch einmal töten und dann rein. Lass sammeln, ja. Okay, lass doch Hugo machen. Ja, geht, geht, ich komm. Nein, nein, du musst... Ich bin fast down. Oh. Hab einen. Schön, Bro. Böse ult noch einen Double kill. Hab den anderen nur einen erlebt? Er hat gleich, er hat gleich. Nein! Nein, wir haben verloren. Ey, prima! Also Hugo, du hast Melody verboten, ne? Was lagerst du? 1,7, 15.000 Damage? Das habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Erinnerst du dich an den 6-Jährigen in der Bahn ohne Internet? Der wäre besser als du gewesen. Oh, real talk, real talk. Oh mein Gott, das ist krass. Das 1,7 ist mir egal, aber 15.000 Damage? Wärst du AFK gegangen und dein Bot hätte gespielt, hätten wir gewonnen. Ich würde noch einen Tank, glaube ich, mir noch hochleveln. Ja, mach das. Sehr guter Tank. El Primo habe ich halt ein bisschen schon gespielt. Ähm, ich weiß nicht, ich hab Frank noch. Frank ist cool. Rosa. Rosa mag ich auch. Sehr gerne. Ah, ist die gut? Ich dachte, die ist über Müll. Den richtigen Star-Porn und so wird die ganz nice. Bas schreibt Shit auch noch. Bas ist auch krass. Hab ich den denn? Das ist der Krokodil mit der Triller-Pfeife. Nee, den habe ich glaube ich nicht. Ah doch, hier. Den habe ich ja vorhin freigestellt, ja. Ähm. Hm. Sonst ist für den Modus, äh, am besten wäre Mac, aber die habe ich auch noch nicht gespielt, ehrlich gesagt. Check mal ganz kurz, was was kann. Was passiert jetzt? Du hast doch kein Statement abgegeben, weil du eben gefieldert hast, Hugo. Also, also erstmal, ja genau, wir versuchen jetzt gerade, weil du jetzt nichts gerissen hast, mal ein bisschen hier. Ich will noch einen Tank noch haben. Ah, das ist eher okay. Was macht ihr hier gerade? Okay, gut. Du schaust einem Spiel zu, Hugo. Ich, warte, bist du gerade gar nicht, bist du gar nicht in der Runde drin? Du, du, du trainierst einfach nur. Ja. Ich glaube ich muss gleich aufladen. Sauber. Okay, komm mal. Let's go. Für wen hast du dich entschieden? Äh, ich hab noch nicht, ich weiß nicht, ob ich den schon zocken kann. Ich hab, äh, Buzz auf Level 8. Ich glaube ich lad ganz kurz auf. Hol mir ein paar Münzen, weil ist geiler für streamen. Mach das. Und... Hast du einen Creator-Code? Ja, Papaplatte. Ja, dann trag den auf jeden Fall ein. Hab ich schon, hab ich schon. Super. Richtig. Ähm. Was brauch ich denn? Ich brauch glaube ich nur Münzen, oder? Sorry, ich bin ein bisschen langsam, ich bin gleich da. Alles gut. Äh... Ich brauch Powerpunkte und Münzen. Kann ich beides einfach für Gems holen? Yep. Oh, hier gibt's 600 gratis. Ah, okay, wenn ich das... Ah, okay, verstehe, wenn ich das hole, okay. Hm. Nichts. Ich level hier auch mal hoch, hier kann ich ja schon ein bisschen lernen, Leute. Wie... Was spielt man auf Mac? Sag mal schnell, links oder rechts? Strom stark? Heilt den Roboter an 25,5 Grad pro Sekunde. Das ist krass. Werkzeugkasten. Mac lässt den Werkzeugkasten fallen, wodurch die Nachleidungsschwindigkeit verbindet in der Nähe bis zu... Nö. Links. Hier. Ausrüstung. Damage. Und Shield, ne? Star Power. Kraftfeld. Wenn der Roboteranzug keine Treffepunkte mehr hat, explodiert er für Gegner wirklich... Damage ist gut. Ich hab ne kleine Frage. Ja? Wie lange hattet ihr jetzt vor Brawl Stars zu spielen? So zwei Stunden, zweieinhalb vielleicht. Also bis wann? Musst du ausrechnen, bitte. Oder ne, Max, du musst ja morgen auch nach... Dings. Ja. Wann schießt du auf? Sehr, sehr früh. Wann? Nun... Also, es ist früh. Mit was fährst du aus oder Zug? Ich komm ein bisschen zu spät zu den Proben. Oh. Wann fährst du? Äh, verrate ich nicht. Warum nicht? Weil dann morgen 40 Kids zum Hauptbahnhof kommen? Also fährst du mit Zug. Jetzt ist es liegt. Na toll, jetzt hast du es liegt. Ähm, weil das Ding ist... Also es geht ja bestimmt jetzt bis 21 Uhr, oder? So ready for this. Ja. Und wir wollten ja danach... Also wir wollten ja eigentlich um 20 Uhr das andere spielen. Aber... Ja, da wollen wir um 21 Uhr spielen das andere. Ne, um 20. Ne. Doch. Aber... Jetzt ist... Also jetzt seid ihr fertig um 21 Uhr, aber ich muss halt morgen sehr früh aufstehen. Oh, sorry. Dann gehst du jetzt um 19 Uhr ins Bett, oder was? Digga, als ob du vor 23 Uhr einschlafen kannst. Digga, ich muss... Ich muss meine Sachen packen. Digga, ich hab auch noch nichts gepackt. Ich pack das morgen früh. Junge, aber du... Nimmst fünf T-Shirts mit, fünf Unterhosen, fünf Socken. Du musst nicht Auto fahren. Du musst nicht Auto fahren. Und chillst dann bis vier Uhr nachts am Handy auf TikTok. Das ist so dumm. Was trinkt das? Ey, sorry. Das ist mit dem Battle Pass der Ohren kurz, Männer. Ich wusste nicht, dass ich so viele Sachen bekomme. Ja, aber... Guck mal, wir waren ja eigentlich um 20 Uhr verabredet. Ja, und jetzt sind wir um 21 Uhr verabredet. Ja, aber... Hab ich auch gesagt. Weil... Bei 20 Uhr hab ich schon überlegt, hm, okay, soll ich machen? Und dann dachten wir, ja, komm. Ey, ist kein Problem, wir können auch ohne dich zocken. Ja, ja. Tschüss, Hugo, hau rein. Okay. So... Okay, ich muss noch einmal Coins holen. Was hast du denn, Hugo, hast du? Was hast du denn heute Abend noch? Du gehst doch nicht dann einfach pennen um 22 Uhr. Du hast noch irgendwas. Ne, ich fahr nach Hause. Erstens wieder ins Main-Haus. Ja. Sorry. Dann... Pack ich meine Sachen. Dann gehst du 22.30 Uhr schlafen. Sag mein Eltern Tschüss, weil die gehen. Die seh ich dann nicht mehr. Mhm. Und dann geh ich ins Bett. Und wie viel Uhr schläfst du ein, sagst du? Null. Niemals. Niemals. Ich schwöre dir, ich bin gestern um 0.30 Uhr eingepennt. Boah. Okay, ich habe noch nicht alle Coins, aber ich glaube, ich kann den so zocken. Wir können. Boah, Hyperladung macht Spaß. Cabo Jacko. Okay, aber dann rein. Mm. Oh, Juwelenjagd. Ich weiß, wer da krass ist. Ich nehm nicht Melody. Wen nimmst du? Frank? Ich... Ist Frank Tank? Frank ist Tank. Okay, gut. Dann nimm ich Piper. Dann nimm ich Piper. Du bist solid mit der. Dann nimmst du solid mit Melody? Du warst, also Albtraum. Hugo, du bist wirklich weit... Das ist wieder ein klassischer Hugo-Fall, ne? Du sagst, du überschätzt dich komplett. Du bist so Dreck. Oh, du hast nichts. Wir müssen noch mal rein. 2v1, ich fick euch Retalk. Ja. Ich hör nichts mehr. Du auch, Kevin. Ja, aber ich sag nicht, dass ich überkrass bin. Das ist Kopfgeldjagd mit Detonation. Da geht am Ende die ganze Map kaputt. Spiel Sniper. Spiel Sniper. Sniper, Sniper, Sniper Only. Auf gar keinen Fall Melody. Kopfgeldjagd ist das, wo man so Sterne auf dem Kopf hat, ne? Wieso Instapickst du, Hugo? Hier geht die ganze Map auf. Wir müssen ruhig spielen. Je länger das Match geht, desto hundertprozentiger gewinnen wir. Hugo hat aber ein bisschen getreut mit seinem Pick. Ruhig spielen. Lass die Gegner nur auf Abstand. Je mehr Kills man hat, desto mehr ist man wertvoll einfach, ne? Okay, ja, ja, genau. Nice, ist der Frag schön. Hab einen Frag geholt. Super. Noch einen. Da sind die Spots? Ne. Die sind auf jeden Fall easy. Die sind nicht so gut. Guck mal, seht ihr, die Map geht immer weiter auf. Nice. Sorry. Sorry, ich war kurz an der Maus. Hab gejokt. Oh, oh Leute, drück sie mal weg hier. Ja. Guter Damage. Ich fasse die Modifikation hier. Ja, ja, dass alles nach und nach weg geht. Ihr dürft nicht sterben, nicht sterben. Oh mein Gott. Wird geschallert. Guck mal, jetzt ist die Map schön offen. Jetzt ist die Map schön offen. Jetzt ist die Map schön offen. Hier ist doch mal dieser Earthquake-Mann, dieser Stamper da. Jackie. Jackie, okay. Oh, ich liebe. Nice. Schön, schön, schön. Das ist Damage. Travex, wie heißt der, den du spielst? Na, ne. Ist mein Lieblings. Mein Main. Mein bester. Okay. Hab die Enten. Nice. Easy. Let's go. Easy. Hugo. Sauber. 13.700. Damage. Hä? Warum hab ich so wenig Damage? Warum hab ich mehr? Huh? Du bist insane. Alter, 13.000 Damage. Da kannst du direkt ins Gegner-Team reingehen. Du bist ja so trash, Alter. Bro, selbst Sylvie Duck im Enemy-Team hatte mehr. Ja, klar. Oh, man. Oh, schon Bronze 2. Nice. Oh ja? Sind wir? Ja, auch schon? Okay, geil. Sauber. Können wir jetzt direkt bereit machen, anstatt 30 Minuten zu warten? Ja. Bereit. Brawl Boy. Oh, das ist neues Modifier. Den muss ich auch einmal durchlesen, ganz kurz. Stachelmunition. Was heißt das? Wenn Brawler Schaden erleiden, beginnen sie stetig TP zu verlieren. Holy shit. Hä, also erstmal mit einem Hit tot. Jeder Hit vergiftet dich. Jeder Hit vergiftet dich? Das ist krass. Okay, die geht also nicht ohne. Die haben einen Diamond Crow. Der hat Gift und Gift. Der ist jetzt doppelt giftig. Pass auf den Crow auf. Ja, ja. Der Crow ist gut. Crow ist down. Nice. Nice. Fuck. Na was vor? Alter, Hugo. Schön, Bruder. Schön, Bruder. Sehr gut. Sehr wichtig. Crow slow. Okay. Ich hole mich Crow. Ah, nevermind. Crow down. Nice. Mach das Ding rein. Hast du Hugo? Nee, der hat zweimal respawned. Ich mach, ich mach, ich mach. Easy. Warte, warte, warte. Hier, ich pass mal. Ja, mach mal. Okay, hab geworfen. My bad, my bad, my bad. Schöner Hit. Fuck, 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 ich krieg den Ball nicht. Der Ball ist da. Die kommen, die kommen, die kommen. Nein, nein, nein. Easy, easy, easy. Manu, Neuer, wo? Bam. Weggeschleudert das Ding. Sauber. Ich hab Ulti-Schuss. Maxis, passt zu dir? Das ist gut. Mann, es lag. Ey, ist passend ein Ding in dem Modus, weil immer wenn ich das alleine gespielt hab, dann passt lieber durchlaufen und dann kannst du selber einen Kill machen. Jetzt Tors frei, Ulti-Schuss drin, Tor gewonnen. Nice. Easy. Genau so. Easy win, easy win. Spaß gehabt. Sauber. Achso. Schön, schön, schön. Hugo wieder auf dem letzten mit dem Damage. Alles wie immer. Nice, 16.000 Damage. Vor allem Melody hat den höchsten Schaden. Also, ich versteh das nicht. Aber du hast Tor geschossen, das ist gut. Kommt, 1, G1. Kommt. Jeder Roller verliert gegen Melody im 1 gegen 1. Harman bringt Melody. Bin bereit. Ah gut, Kevin ist jetzt auch Bronze 2. Tresor Raub, den Modus find ich doof. Also, der ist cool, aber ich bin da scheiße drin. Tresor Raub, ich zeig euch jetzt. Oh, Tresor Raub hatten wir noch nicht. Was ist das? Da ist Tresor und den musst du kaputt machen. Da ist Tresor und den musst du kaputt machen. All Brawlers sind gegen Betäubung und Verlangsamung nun. Okay. Da müssen wir zum Tresor und den so abbauen mäßig, ne? Mhm. Ich hab die Map nicht gesehen. Ich finde auch meine Picks nicht. Ich hätte jetzt hier eher Sandy oder so. Oder Jesse, aber ich finde die nicht. Ich hab da ne Schwäche. Frank wieder schlechter Pick. Ja, Frank ist ganz, ganz schlecht auf der Map. Ja, Hugo wirklich. Wie kommst du auf Frank, Hugo? Also, Hugo, du besuch ich Müll in diesem Game. Das ist krass. Aber ist nicht schlimm. Wir carry nicht gerne. Wie bitte? Mann, ich hab Krümel in meinem Ding. Hier ist einer fast dauernd bei mir. Du kannst auch, du musst auch nicht immer angreifen. Was? Du kannst auch von hier auf dem Tresor ballern. Ach stimmt, 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 stimmt. Der ist durch. Hol ihn dir, Hugo. Ich mach einfach, ich mach einfach Damage auf dem Tresor. Ja. Hugo. Weil du feedest. Was heißt das? Du spielst extrem schlecht. Naja, das tut. Du hast den Edgar hochgeheilt. Wenn der dich angreift. Ihr müsst nur Sidewasten. Ich mach das hier. Oh mein Gott. Nee, nee. Digga, das ist ja verrückt. Du bist wirklich der schlechteste Rollstar-Spieler, den ich je gesehen habe. Verdammt. Das meine ich gar nicht böse. Du hast schon wieder daneben angegriffen. Du heilst ihn. Du heilst ihn. Du heilst ihn. Nee, der hat Lifestyle. Und Hugo hat so viel Leben. Wie soll ich das wissen? Nein, nein. Und du heilst den Gegner die ganze Zeit. Sehr gut, Kevin. Es leckt auch bei mir. Was soll ich denn machen? What the fuck? Junge, jetzt kommen schon die Ausreden. Das wäre krass. Ich habe schon seitdem wir gespielt haben, habe ich gesagt, es leckt bei mir. Du heilst Edgar die ganze Zeit. Versuch mal, dass du nicht für die Gegner spielst. Ganz kurz. Okay. Dann können wir das gewinnen, weil Kevin macht guten Damage. Oh, ich bin down. Scheiße. Ich mach irgendwie bei allem. Keiner standen. Konzentriert euch. Konzentriert euch. Wir sind kurz vor dem Win. Hab einen geholt. Nice. Die kannst du dir jetzt alle low holen. Einer noch low. Nice. Den hole ich auch noch. Auch noch down jetzt. Rander. Das ist es. Feierabend. Du hast die Ult gemacht, als er noch immune war. Sauber. Ja, krass. Geil, Kevin. Da haben wir ein 2 gegen 4 gewonnen. Fett. Ich hab mehr Damage als Kevin. Was willst du von mir? Du hast den Schaden zwar gemacht, aber du hast den Edgar um den gleichen, was bei dir steht, hast du den Edgar geheilt. Du hast den Edgar wahrscheinlich um 30.000 HP geheilt. Was ist das? Hh, 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 hh. Für Hugo ist es immer 2 Schluss, das ist krass. Wo war das nochmal, wo ihr immer im Café oder im Restaurant saßt? Und ihr habt die ganze Zeit Brawl Stars gespielt, Mann! Was warst du? Das war so. Ich hab euch off-stream in real life Brawl Stars spielen sehen. Ist vielleicht 4 Monate her. Hä, mich und Kevin. Ja. Ich weiß, dass ihr Brawl Stars in real life spielt. Ja. So lässt es zwei Monate her sein oder sechs, ich weiß es nicht. Also ich weiß nur, ich bin Kevin mal bei Evadena, bei Reef Bros. gespielt, aber dann warst du nicht dabei. Nein, ihr habt irgendwo mal, wo alle da waren. Hä? Machst du ready, Hugo? Ja, sorry. Tresorraub nochmal. Welche Map? Ich würde mal eine Runde... Ist sehr offen, Sniper ist hier schon stark. Warum willst du? Warum meinst du, dass es offen ist, Max? Ich zog mal Bass eine Runde, ich zog mal eine Runde Bass. Okay, zwei Tanks. Melody ist hier besser, das ist gut. Ich habe jetzt mal Angelo, weil der wird hier eigentlich immer gebannt, aber jetzt ist er ohne Bann, deswegen könnte es sein, dass der abgeht, aber ich bin relativ scheiße mit dem. Digga, Dia, Dia, Gold. Zwei Diamonds. Oh, ich habe Schoko an meinem iPad. Oh, das ist das Allerschlimmste. Ich bin nicht so gut, ne? Also erwartet nicht zu viel. Ja, das wissen wir. Was ist das hier? Was ist mein Gadget? Oh shit. Ihr müsst ihr Geschütz schnell wegmachen. Ja, ja, check. Ihr müsst euch das Geschütz fokussieren, es ist gleich schon vorbei. Also ich deal hier auf jeden Fall fetten Damage, aber... Ah, Gadget ist Instant-Ult einfach, oder? Bro, wie? Boah, das geht nicht alles rein. Oh mein Gott. Supercharged, Jessie ist vorbei. Das Spiel ist over. Das Geschütz ist ultra OP. Sorry, ich glaube ich bin nicht so gut mit dem Bass einfach. Oh, das war ein guter Treffer. Ich habe Partei nicht alles. Aber kann es sein, dass Nahkampf-Champs schon schwerer sind? Du gehst halt einfach alleine komplett rein auf drei, das ist extrem... Also ich habe das Gefühl, der ist echt super stark, äh, super... ...über früher gerade. Das kassiert... Ich muss auch mal heilen, wie lange dauert das? Ach, Digga. Wir müssen alle zusammen... Wenn ihr zusammen reingeht mit Melody und Bass, dann könnt ihr es schaffen. Aber das ist gerade... ...noch nicht der Fall. Mein Sound ist gerade weg. Ja, gut. Sorry, ist gleich wieder der Chat. Hugo, du spinnst... Ich habe gerade gesagt, wir müssen alle zusammen rein. Ja, Zocki! Alter, wer ist ein R? Wer ist ein R? Das ist Mac. Oh, da kommt ein Hyper-Charge-Action. Oh, wichtig. Das Geschütz muss weg, das Geschütz muss weg, das Geschütz muss weg! Ist, ist fast down? Ohhhh! Da kommt Mac schon wieder. Ihr müsst einmal Bass und... Man ist lag. Melody gleichzeitig rein. Macht ihr aber nicht. Das wäre jetzt der Play. Ja, dann... Ich warte kurz, bis ich gehealt habe und dann... Ich laufe jetzt einfach nur noch rein. Jetzt will ich die Damage machen. Ja, ist over. Das ist over. Das ist over. Das ist over. Bruder, hol dir halt eine gute WLAN-Verbindung. Das ist so ein Geier. Ja, ja. Bruder, niemand kann was dafür, dass du irgendwie, weiß ich nicht, Junge, Aldi-Talk hast oder so. Mann, ich bin mit meinem PC verbunden. Ich habe Hotspot gemacht. Das geht trotzdem nicht. Klingt aber nach einem Du-Problem. Verloren. Ja, ja. Nächstes Match. Nächstes Match. Wir sind stuck in Bronze. Wenn ihr instant breit drückt, dann geht sofort das nächste Spiel immer los. Mhm. Okay. Geil. Was soll ich spielen? Scheibexack. Kopfgeldjagd. Unterschlupf. Uh. Da kannst du sogar Melody spielen, wenn du nicht folgen bist. Ich spiele eine ohne Edgar und fag alle ab. Nee, oh, 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 oh. Lass das Kopfgeldjagd. Da brauchst du eine Sniper spielen. Kann ich noch wechseln? Nee, ne? Du hast eingeloggt. Du hast instalockt. Instalock ist aber das Allerschlimmste. Troll. Ich troll. Ich zeig's euch jetzt. Retalk. Sniper oder Werfer wär's hier gewesen. Okay, die haben aber auch eine Bibi. Ist vielleicht gar nicht schlecht, dass wir einen Edgar haben. Hugo mit Mandy. Das find ich gut, dass du mal Mandy spielst. Was müssen wir machen? Gegner töten und nicht sterben. Okay. Schaff ich. Joop. DGs. Oh mein Gott, die sind gut. Hier wär range grade so viel besser. Alter, was ist das? Du darfst halt nicht sterben. Das Bibi haut dich zurück. Könnte kill sein. Hab'n kill. Ultiliert läuft los. Max, du musst das ein bisschen carryen. Das wird ein verzwicktes Game hier. Ja, der Dynamike spielt gut. Der ist hier falsch. Hab auch einen Frack. Hab einen Frack. Ich muss das ein bisschen langsamer spielen. Schön. Nice, Hugo. Sauber. Ich hol den Frack. Ich hol den Frack. Ich hol den Frack. Teil. Sauber. Ja, rein und raus ist geil. Wenn das klappt, ist super. Ja, so würde ich das immer machen. Ich glaube, ich sterbe jetzt. Ja, das war's. Da ist ein Werfer. Da musst du aufpassen. Ah, fuck. Was war das denn? Ich bin so gut wie tot. Ich kann mich gar nicht muten, aber Chat, ist das Game zu laut gerade? Bisschen, na? Ach, Digga. Ich bin so schlecht. Das ist crazy. Geh drauf, ich geh drauf, ich geh drauf. Hab einen. Warum bin ich so lange stuck? Was? Du bist Stunt. Du darfst nicht um deine Mike. Deine Mike Stunt euch. Fuck. Sorry, my bad. Puh. Okay, okay. Interessant. Ja, die wussten, was die machen. Wir müssen wirklich, wir müssen wirklich das picken. Ja, ja, ja. Slug me, slug me. Wir müssen das picken, was auf der Map stark ist. Deswegen ist Range-Modus so geil, weil du musst alles können. Ja. Manchmal musst du Stiper können, manchmal musst du Tank können, manchmal musst du mit Ranger. Alter, wir verlieren auch Punkte, wenn wir verlieren? Ja, ja klar, die ganze Zeit. Wir sind Hardstuck. Ich dachte im Silber oder so, es ist nur Game. Wir sind Hardstuck in Bronze. Oh mein Gott, wir sind stark. Brawl Ball, jetzt carry ich wieder. Brawl Ball ist nice. Ist mit viel Busch. Ist mir egal, ich nehm Dark. Ja, hier ist jetzt Piper. Du gehst immer genau falsch rum. Hier wäre jetzt Edgar wieder geil. Okay. Ja, die holen wir die. Das sind Bots. Ja, ja. Willst du ja holen. Alright, Männer. Äh, Brawl Ball, ne? Gibt's irgendwelche Modifikationen? Ja. Schön, Max, kriegst du den? Ja. Kevin, jubbel durch! Ja. Vugo, ich pass nach links. Okay, weil wir da hinten überlaufen. Das klappt oft. Hiiiiihihi. Und jetzt rein! Warte. Ja, das sind ja welche. Ah fuck, ich war viel zu offensive gerade. Ich hol Ball wieder. Boom. So ist richtig. Wow! My dudes! Das war crazy. Tot. Die haben uns einfach in Bronze Bots gegeben, weil wir so oft verloren haben. Ja. Ja, das sind ja die Lunge-Bots, ne? Seitenwechsel. Oh, Uugo schießt einfach so in die Wande. Sauber. Easy. Okay. Ach. Sehr gut. Wir haben in Bronze ne Botrunde bekommen, weil wir zweimal verloren haben. Ja, hab ich das in Bronze nur Botrunde. Nein! Hä? Hä, wir haben ja doch gerade gegen Diamond-Leute gespielt. Hä? Hey! 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 Mein Gott. Kopfgeldjagd. Hier wieder nicht sterben. Was soll ich nehmen? Sniper. Ja, Sniper. Das ist wieder, wo wir nicht sterben dürfen. Okay, check. Kein Assassin, kein Tank. Ja, so ist gut. Guck mal, ein Werfer, zwei Snipes. Was ist diese eine Stelle in der Mitte? Ist egal, oder? Es ist nur der Stern, wenn es unentschieden ist. Wir werden niemals unentschieden spielen. Entweder zerstören die uns übertrieben, oder wir gewinnen. Aber dieser unentschieden Stern, ist egal. Man ist lag bei mir. Ach, Mann. Nice. Wir führen. Jetzt ruhig. Wir liegen vorne. Probieren wir was. Probieren wir noch mal was. So, jetzt haben wir weniger Deckung. Geil, der Edgar ist doof. Das ist gut. Sauber. Na, wäre geil gewesen. Hugo, hätte ich gefeiert. Oh, hier, ich werde angegriffen. Oh. Super weggesprungen. Hugo. Das ist lo, das ist lo, das ist lo, das ist lo. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ich als Werfer kann ich nicht töten, der ist zu schnell. Ich muss kurz heilen. Hab einen geholt. Achso, ja, du. Boah, ich krieg gut der Bitch. Boah, Alter, was ist das für eine crazy Range von der einen. Oh, fuck, fuck, ich bin tot. Der ist leer. Der unsichtbar Leon war mit drin. Da kann ich nichts machen. Jetzt müssen wir aufpassen. Die überrennen uns jetzt hier ganz schön. Random Ult Hugo. Sau, random Ult. Schelliges Stunt ist tot. Live. Das ist so gut, sieht keiner. Oh, der war unsichtbar. Ult gewastet. Ja, der spielt gut. Der kommt rein und tötet einen und geht wieder raus. Der war nach einem sehr guten Assassin. Nein, äh, Ulti. Oh mein Gott, let's go. Sauber, gut. Alter, sauber. Das war's. Oh, schön, 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 schön. Du hast ihn völlig zerpflückt. 17 zu 10, wichtig. Lass uns diesen Leon holen. Oh, da trifft Hugo eine Ult. Schön. Sehr gut. Ja, höchster Schaden, wo seid ihr? Geil. Eine Runde, GG, gute Arbeit. Sauber. Ich hab grad tausend Bling bekommen aus dem Ding davor. Das ist das Seltenste, was geht. Oh, nehm ich mit. Mythic, Star Drop. Oh, was ist das? Das ist ein Skin. Sam, der Teddy. Brawlandtienstag. Okay. Was geht, nehm ich mit. Ja, ich bekomme mehr Ranked-Punkte, weil ich geboostet. Oh, was ist das? Knockout. Ja, das ist einfach... Achso, sorry, ich hab jetzt einfach wieder... War gut, war gut, war gut. Okay, okay. Was soll ich nehmen, was soll ich nehmen? Äh, Sniper, Sniper. Sniper. Ja, ich nehm hier Angelo, wenn der schon nicht gebannt wird. Ach, ich würde auch Nani nehmen können, scheiße. Ich bekomme 25% mehr Punkte im Rank, bis ich Master bin. Oh, Mythic Crow, das kann was werden. Lasst das mal trotzdem gewinnen, Leute. Ja, easy. Äh, was ist ein Knockout, ne? Ja, ja. Also, wenn man raus ist, ist man raus einfach. Ja. Wir haben einen. Crow rechts, Crow rechts. Ist low. Schau mal, zieh mal zurück, zieh mal zurück. Ich muss mich heilen. Wir wissen alle zusammen. Das ist gut, eins. Wow, das war super. Sehr gute Aufteilung. Powerplatte? Ja. Was los? Ne, du standst einfach nur rum. Alter, Hugo, was ne Ult. Was rechts, was auf weiter gehen? Die springt safe nach hinten mit ihrer Scheiße Ult. Ja, guck mal. Ich geh hinterher. Was willst du machen? Nice. Ist das smart? Hast du deine Schlüssel ready? Oder tötet sie sich einfach? Wow. Bestellgast durch Ablenkungsmanöver. Stark. Schön. Stark. Geil. Stark runtergezockt, Junge. Stark runtergezockt. Digga, Trimix bist der Schlechteste. Ohne Shit. Die linke Seite gehalten. Powerplatte ist extrem stark fürs erste Mal. Ja, der hat schon mal gespielt. Digga, der hat durchgegert gespielt. Oh, fuck. Ja, er hat, glaube ich, 7000 Trophys. Das ist schon gedaddelt. Nochmal Kopfgeld. Oh, das ist mit Detonation wieder. Okay. Da machen wir wieder unsere... Das kennen wir schon. Genau den Modus, genau mit dem Modifier kennen wir schon. Wir spielen alle Sniper und spielen ruhig. Ähm, ist es ohne... Was ist der Modifier? Der Modifier ist, dass alles aufgeht. Irgendwann ist da nichts mehr. Wir spielen einfach alles Sniper. Okay, okay, okay. Den Modus haben wir schon gelernt. Da haben wir schon eine Team-Comp. Okay. Gott, ich liebe Schokowaffeln. Schokoreiswaffeln. Was? So geil, ey. Schokoreiswaffeln? So trocken. Das ist so eine billige Schokolade immer. Das ist die beste Süßigkeit, Mann. Und ich glaube, das ist mega ungesund. Aber es fühlt sich an, als wäre es nicht so ungesund, weil da sind auch noch Reiswaffeln dabei. Krass. Oh, da haben wir einen. Ich muss kurz heilen. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, den holen wir, den holen wir, den holen wir, den holen wir links holen. Pass mal auf, wo gut sich zurück, wenn du keinen tollen Leben hast. Ja. Ich gucke den Brock mal genauer an. Ja, der ist tot. Super. Macht ruhig, die Map geht auf. Auf keinen Fall sterben. Ich pushe hier links ein bisschen. Ah, Jungs, ich bin da unten. Oh, ne, man meint. Oh, ich bin da unten, das ist was, das ist was. Ah, shit. Das Problem ist, wenn du tot bist, dann können wir uns jetzt irgendwie pushen, das können hässlich werden. Oh, easy ist dein Ult gedeutscht, oh mein Gott. Oh mein Gott, so easy, what the fuck. Pass auf, der Ult, alter, der Gryff, what the fuck. Schön. Liegen krass hinten, liegen krass hinten. Oh, jajajaja. Ja. Der Gryff zerflückt, ganz wichtiger Kill, ganz wichtiger Kill. Lass mal auf links gehen hier, ja. Lass mal auf links gehen, links, links, links. Hey, wer jetzt stirbt, da haben wir verloren, ne? Ja, keiner darf mehr sterben. Nice, haben wir beide getroffen. Alle werden einfach gleichzeitig getroffen. Ich hab dem, äh, dem Münzeautomator, hab ich einen abgeschossen. Hab ihn. Let's, nächster Kill, zähl. Nächster Kill, zähl. Let's, halt keiner darf sterben. Lass links auf. Ich hab rechts getroffen, rechts ist low, rechts ist low. Rechts, rechts, rechts. Let's fucking go. Alter. Wie knapp war das denn? 20 zu 19. Du kleiner Schwanz. Hey, hallo. Sorry. Digga, das war ein knappes Ding. Ja, es laggt halt durchgehend bei mir, ne? Ich hab eigentlich... Aber was ist denn mit deinem, was ist mit deinem, äh, mit deinem Internet los? Ich weiß, also, Brows, es geht aber, Digga, man. In welchem Land bist du gerade? Ah, deine Übertragung meinst du, deine Übertragung? Ja, Übertragung. Alles bei mir auch. Ja, ist bei mir auch, ist auch bei mir. Ja, aber ist bei dir sie kündlich? Weiß ich nicht. Ist schon nicht so super, super perfekt. Na, okay. Bei mir ist ultra perfekt. Ja, du hast diese scheiß Stecker da, ne? Ja, ich muss auf jeden Fall auch ein anderes Setup nochmal bauen fürs nächste Mal. Ja, die Kacke kostet 80 Euro. Ich spiel über WLAN. Echt? Ja. Ja. Und wie bringst du es auf PC? Air-Server. Hm, wir haben so Airplay, so eine App. Airplay haben wir ja. Hugo hat mir die empfohlen, die kostet 8 Euro. Bro, von Digga hat die perfekt funktioniert. Ey, warte mal, Hot Zone, da nehm ich jetzt nicht Piper, oder? Ich nehm Frank, ich bin Tank. Wieso, wieso denn Frank? Du machst deine Auto-Tags immer daneben. Ähm. Ach Digga, die sind immun gegen sowas. Ja, ist gut, dann ist Frank gut, dann ist Frank gut, dann ist... Nein, ist er nicht! Ich nehm mal Piper. Hä? Ich wurde tot geflamed vorhin, weil ich den genommen hab bei dem, äh... Ja, du kannst ihn zwar nicht stunnen, aber du kannst auch nicht gestunnt werden. Jeder hat mich beleidigt vorhin, als ich den gespielt hab. Okay, das wird ein harter Modus, die geht aber auch ne Jessie. Ich seh schwarz für uns. Er hatet, er hatet unnötig alle Edgar, Leute. So schlecht ist der gar nicht. Der ist nicht schlecht... Hä? Ich, also der wird doch gehatet, weil er zu gut ist und jeder gewöhnt, oder? Ja, ja, ja. Auch Hilfe, aber... Oh, Kevin ist einfach abgedüstet, den Busch müssen wir hier halten. Ach, Digga, ich bin tot, das war's. Das Geschützt töten... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wir haben das Hauber. Das ist hart, da leiden die Leute. Wir sind in Hartz-Facken-Groms, Leute. Da leiden die Leute. Hugo spinnet einfach ins Ultra-Geschütz rein. Ja, das ist einfach eben meine Musik-Teilchen, die dann ficken. Sorry, ich spiel grad auch wirklich mega low. Ja, sind wir gewohnt. Man, das leckt so crazy, oh mein Gott. Da ist wieder ein Geschütz, die werden hier weggesohnt, das ist krass. Den Start haben wir weggeworfen, das können wir nicht mehr drehen. Ich hab die Jessie getötet, getradet. Nee, das ist sauber. Nee, sauber, sauber, DGs. DGs, DGs. Es gibt keine zweite Runde, ne? Ich hab geklärt. Du machst was? Comeback, comeback. Da ist noch ein Ultra-Geschütz von mir drin, ich hab ne Kill noch. Rein, rein, rein. Rein, 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 wenn jetzt Kevin ein bisschen Damage macht. Haben die schon wieder drin? Oh, das ist jetzt unsere Defense hier weggemacht. Gute Shots, gute Shots. Oh Gott, das war's, ja, das war's. Wotter, 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 wotter. What the fuck? Ich kann die nicht weg. Ja, das ist auch mal. Oh mein, wir haben den Anfang verkackt. Alter, GG. Den Anfang hart verkackt. Oh mein Gott, sorry. Wir haben ne hundertprozentige Lose-Rate, wenn Hugo Melody spielt. Ja, das stimmt. Dinger, können wir bitte ein 2 gegen 1 machen? Hä? Du verlierst das halt. 2 gegen 1. Wie? Das geht. Ja, aber du verlierst das halt. Aus und los ist krass. Ich level ganz schnell noch den Bass einmal hoch. Spielst du uns einfach was Simples? Macht sonst so ein Duck oder eine Jackie? Damit... Hört ihr mit mir? Ja. Wau. Duck, wenn Hugo Duck gespielt hätte, hätten wir gewonnen. Hundertprozentig. Wau, 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 wau. So kürzest du? Bin ich jetzt schon wieder an der Runde? Tatsächlich ja. Das war schon crazy. Ganz kurz, würdest du nehmen, Max? Weil Hugo frag ich mal lieber nicht, der weiß ja nicht so viel. Ja. Würdest du den stärkeren Torpedo nehmen auf Bass oder alles im Blick? Das kommt echt auf die Map drauf an. Okay, ich nehme mal alles im Blick, das sagen mehr Leute. Das kommt echt drauf an. Ähm. Ach so, ich habe noch gar nicht genug Münzen. Nevermind. Ist eh egal. Alright, let's go, weiter geht's. Ja, keine Münzen, Bro. Ja, ich habe es gesehen. Okay, Kopfgeldjagd. Kopfgeldjagd. Normal auf der Map. Da war letztes Mal ein Werfer. Krass gut. Okay, ich glaube, ich bleibe weiter bei Piper. Ich habe das Gefühl, Piper ist mein smartester Play. Auf der Map, ja. Hier nur Sniper oder kann man auch Nahkampf? Sniper. Spielt ihr beide Sniper? Mandy und Piper finde ich gut auf euch. Ich habe jetzt Tick. So als Control. Match beendet, Piperplatte reagiert nicht. Sorry. Sorry. Mein Bad. Kein Problem, gut, neuer Modus. Brawl Ball. Was ist nochmal das? Was man nicht gestunt werden kann. Hier kannst du deine Melody spielen. Ja, mache ich auch. Ähm. Ey, bei Brawl Ball wäre es doch actually gut, wenn ich Edgar nehme, oder? Oder Bass. Ich nehme Bass. Ja, kannst du machen. Würde ich mal tryen. Pass live hier. Ey, Hugo, ich habe bei dir, ähm, bei dem Programm habe ich eingestellt, äh, Hardware-Bestandung gerade noch. Und... Chat meinte, es ist ein bisschen besser jetzt. Aber wir gucken mal, wir testen es mal diese Runde. Ja, man verliert es halt wirklich wegen WLAN einfach. Ja, das kann sein, okay. Das ist lecker, wirklich. Mystic Mortis. Oh mein Gott. Aber ihr habt alle gute Brawler gegen ihn, das sollte klappen. Spike ist auch sehr stark. Okay. Ich gehe rein, ich gehe rein, ich gehe rein. Ich habe ihn, ich habe ihn. Digga, Hugo, du konterst ihn eigentlich. Kaktus ist down, Kaktus ist down. Hä, ich bin doch, ich bin doch weggegangen. Ja. Junge, das war so knapp bei mir. Hä, ich bin doch nicht mal geschoben. Ja, wenn ich ihn getötet habe. Schön, ihr habt der die gekillt. Oh, ich hätte gleich nochmal ulti hitten sollen. Schön, schön, guter Refrag. Der ist ulti und der hat alles. Ah, und das sieht schlecht aus. Geben wir nicht drüber. Ja, GG. Ja, lass dich drüber reden, oder? Das, äh, das war's. Wo ist der Ball? Ah, da. Tötet ihn. Wer macht sonst Tricks? Oh, Leute. Pass mal zurück, Hugo. Ja, oder so. Ich passe einfach nach vorne. Hugo passt einfach zu den Gegnern. Das ist auch gut. Wer ist denn dieser Daddy da? Pass mal auf rechts, ne? Ey, wie lade ich meine Ulti auf? Muss ich, muss, muss in meinem Riesenkreis ein Gegner sein? Achtung. Hast du den Modus auf? Ja? Ah, okay. Okay, jetzt, Hugo. Schön, 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 schön. Ja, hast du, hast du. Hast du. Was? Du hattest doch deine Ult. Ich mach, ich mach, ich mach. Das war das Schlechteste des Tages heute von uns allen drei mit Abstand. Also im Team. Ja. Du hattest Ulti auf den Weg. Du hattest Ulti auf den Weg. Du hattest Ulti auf den Weg. Schöner Frack, schöner Frack, schöner Frack, schöner Frack. Schöner Frack, schöner Frack. Nein, Bro, da war der ja davor. Der hätte das dann abgeblockt. Also retog jetzt. Ja, und ich leck die Arsch. What the fuck, Mann. Achtung. Macht er gut, macht er gut. Oh, 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 oh. Ja, jetzt ist die Scheiß am Dampfen. Den müsst ihr härter töten eigentlich. Ja. Krass. Das ist so, das ist so Arsch, Hugo. Das ist krass. Das ist crazy, du. Crazy, du konterst, du konterst, Mortis. Alter, morgen will ich nicht mehr. Ich komme in die Tritte. Da, da musst du. Digga, ist das krass. Ja, Hugo, wo warst du? Du hast ganz, ganz entspannt einfach Melody verboten. Ja, es ist over, es ist over. Wir sind stuck in Bronx wegen Hugo, Digga. Hab ihn, hab ihn. Hey, wir gucken jetzt auf die Stats. Oh mein Gott. Scheiß auf die Stats, du bist ein Wind Trader. Du bist ein Wind Trader. Und auch ein wenigstens Damage. Du kannst dafür gebannt werden, ne? Am nächsten Stats. Am wenigstens. Der Mortis bezahlt dich, dass er jetzt da gewinnt. Das leckt aber auch die ganze Zeit bei mir. Ich schwöre, ich kann nicht mehr weiterspielen. Geht nicht. Ich mach jetzt mal diese Hardware-Scheiße da an. Puh. Das war... Lass doch... Wieder... Lass mal, dass du nicht Melody... Wir hätten alle Spiele gewonnen, wenn du nicht Melody gespielt hättest. Das ist jetzt kein Witz oder kein Front oder irgendwas. Du hast gesagt... Du hast gesagt, bei dem Modus kann ich die spielen. Die ist in dem Modus extrem stark. Wenn du deine Ult hast, kannst du immer ein Tor schießen und du hast es nicht geschafft. Du kannst einfach ins Tor ulten mit dir selber quasi. Aber wenn du diesen Play nicht kannst, dann brauchst du Melody nicht spielen. Ja, du meinst da vorne passen und dann so Dash machen. Hm? Ja, genau. Hab ich zweimal gemacht und dann stand ich davor. Aber da war halt einer davor. Ich hätte nicht schießen können. Also hätte ich geschossen, hätte er abgeblockt einfach. Die letzten Meter ins Tor laufen. Oder du nutzt deine Ult als Ultraschuss. Du hast beides. Okay, laufen hätte ich können, maybe. Das war ich gerade nicht. Kopfgeldjagd. Was ist das? Ah, das mit dem Damage, ne? Oh, Digga, da mach ich aber... Da weiß ich, was ich mir... Ein Tick. Das ist eine Runde Tick. Der macht Damage across the map und alle sind vergiftet. Ist Kopfgeldjagd. Nicht sterben, Hugo. Also ne Mandy wäre hier gut. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht gepusht werden. Die Gegner haben ne Rose auf. Die müssen wir ja aufpassen, dass die nicht kommt. Da müsst ihr eure Attacks einfach auto-tappen, wenn sie zu dicht kommt. Jetzt hat's auf jeden Fall auch gerade nochmal bei mir ein bisschen geleckt bei der Übertragung. Sauber. Okay. So, da ist sie jetzt schon. Boah, schöner Slow. Schöner Slow, Junge. Ich hab ja richtig Damage reingeknallt. Oh mein Gott. Ich hab' den bekommen. Ich hab' den bekommen. Das ist ein Kill. Nice. Ja, schön. Nice. Schön gelöscht, gelöscht, Digga. Digga, ihr drückt einfach beide da rein. Man ist lag. Lag dein Game oder deine Aufnahme? Nein, nur seine Aufnahme. Ja, das muss man ja sagen, vielleicht. Was denken die Leute, Brawl Stars lagged? Nein, Brawl Stars lagged nicht, aber mein WLAN einfach. Nice, Leute. Wir outrangen die so hart. Nice! Ey, wir haben wirklich sehr gute Picks, ne? Ja, ja, das ist geil. Jetzt haben wir, komm, es gibt jeden Modus und dann gibt's überall Modifier und dann kommt man so rein. Dann kann man auch so Ranks lernen. Kommen noch, äh, andere, äh, Modi, wenn man höher kommt oder so? Oder wie läuft das ab? Oder mehr Modifier oder so? Ändert sich irgendwas auf High-Elo? Nur die Pick-und-Bann-Phase und dass es nicht immer ein Match ist, sondern immer ein Best-of-Three. Ah, okay, find ich geil. Ja, ja. Dann kannst du auch mal was verkacken, dann wissen wir, woran es gelegen hat und dann kann man das noch ändern. Das ist geil. Ah, und dann kannst du in dem zweiten Match andere Sachen picken? Ja, ja. Ah! Ah, ne, du behältst die gleichen, aber du kannst deine Taktik halt ändern. Ah, okay, okay. So, das eine Hot-Zone-Ding haben wir am Anfang einmal unseren Busch verloren, haben den nicht wiederbekommen, dann war es vorbei. Da hätten wir sozusagen noch eine zweite Chance gehabt. Verstehe. Herr Chat, wo ist Hugo Schlechter? In Fußball in echt oder in Brawl-Wall? Beides. Ich finde, in Brawl-Wall bist du deutlich schlecht, David. In echt bist du gar nicht so kacke. Komm, jetzt ging es. So, jetzt mach ich Melody. Einfach, um dich zu triggern. Welche Map ist das? Das ist für mich eine klassische. Das ist für mich eine Auto-Pick-Sandy. Ich würde einfach nochmal Piper zocken. Oh, hier ist schon viel Narkam. Ja, aber ich habe das Gefühl, Piper ist schon der Play. Okay. Achso, weil hier viel Start-Zone ist. Hier ist viel Busch und viel Narkam. Ja, verstehe. Mit dem Bibi und sie laufen einfach nicht rein. Und den Leeren ist sogar Piper jetzt äußerst schlecht. Ja, okay. Dann habe ich einen Shit-Pick gemacht, aber egal. Warum wird er nicht angeschrieben? Ich bin neu. Er macht ja trotzdem viel Damage. Du bist nicht neu, Bro. Du spielst legit lecker als ich. Du bist aufgeschwenkt. Die haben Tactics. Oh, das war's. Oh mein Gott, sie hat daneben geschossen. Wichtig. Oh, das war's. Achtung, 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 Jimmy. Passt auf Jimmy auf. Der Ball liegt da sehr schlecht. Schön, beide weg. Let's go. Max, ich passe zu dir. Nee, lass das mal. Okay. Ich passe mal hier zu Leider. Ich kann jetzt gleich meine Ult machen. Die ist mächtig. Wo wir gehen vorher? Ich habe Ulti, ich habe Ulti. Spiel im Lauf. Hier. Ich bin tot. Oh, fuck. Alter, ich habe komplett kassiert. Ihr müsst doch in meine Ult reingehen. Dafür haben wir die doch. Du hast recht. Ich bin tot. Was ist deine Ult noch mal? Da sehen die Gegner uns nicht und sie kriegen die ganze Zeit Damage. Aber sehen die mich auch mit dem Ball nicht? Mit dem Ball sehen sie dich trotzdem. Boah, die löscht. Ich spiel euch unsere Base auf. Jetzt können die von überall ein Tor schießen. Nee, das ist geil. Jetzt kann ich die auch besser abschießen. Jetzt soll ich so ein Tor reindrücken. Sauber, Hugo. Sauber. Davon wollen wir mehr sehen. Das ist eine High Risk, High Reward Strat. Schön. Haben wir Ball gerade? Jetzt Ult. Jetzt kriegen die auch alle Damage. Das dominieren wir gerade in deren Base. Nice. Schön. Na, bin tot. GG, Hugo Troll. Digga. Die spielen nicht schlecht, aber wir können es schaffen. Wir können es schaffen. Ey, ich kann versuchen, mit meiner Ulti deren Ding aufzusprengen. Das wäre doch smart, oder? Ja, das ist ja geil. Warte, 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 warte. Ich bin nicht da. Oh, ich bin da und fuck. Ich mach das da. Die haben mich und die haben uns gefickt. Ja, die haben uns gefickt, oder? Oh fuck. Leon unsichtbar mit Ult. Keine Chance. Digga, das macht so Bock gerade, ne? Das ist intens. Wir können es auch. Pass auf, der Ult. Pass auf, der Ult. Nein. Ey, ihr müsst... Nein. Nein. Ich mag euch nicht mehr. Ihr hättet es so haben können. Das war zu billig, das Gegenteil. Dafür spielt ihr zu gut. Ich geh vor, ich geh vor, ich geh vor. Was? Nein, ich hab meine Ulti nicht mehr hinten können. Oh nein. Oh, doch, meine Ulti kam durch, oder? Das wäre unser geilster Wind des Tages gewesen. Hätten wir das gerockt. Ja, das ist ober, das ist ober. Jetzt Freistoß, komm, schieße rein. GG. GG, wir haben geworfen. Das war geworfen. Das wäre wirklich ein easy win gewesen, ne? Ja. Ich geb's zu, ich bin einfach scheiße. Wie kann es denn so wenig Damage machen? Okay, wir fahren hier aber nicht so mit Punkten. Du musst halt wissen, die gehen einfach an 8, ne? Die können, also... Die halten das iPad und die sind zu schwach, um ein iPad zu halten und müssen das dann irgendwie auf den Stuhl legen. In der Küche. Der ist mit den Knien auf den Küchenfliesen und das iPad liegt auf dem Küchenstuhl und er ist gerade abgezogen. Und Hugo geht 3-6. Verstehst du das? Ja. Der spielt so mit einer Hand und mit der anderen stützt er sich so den Ellbogen ab und sabbert einfach und ist Joghurt nebenbei. Nein, das ist halt nicht untrue, ja. 1, stopp, stopp. 2 versus 1, jetzt. Bro, dann springst du einfach rein mit Melody. Was soll das? Was bringt das? Oh, er hat Angst. Ich kann jeden spielen, den du willst. Ja, du kannst mit jedem auf Kills gehen und kriegst nicht ein Objective. Ey, Hugo, wie wär's, wenn du einfach mal in dem, was wir gerade versuchen, einfach mal rasierst, anstatt in irgendeinem Modus, der gar nicht juckt. 1 gegen 2 juckt doch überhaupt nicht. Mach doch mal in den 33s, die wir fighten. Ja, sei doch hier einfach mal krass. Das würde doch viel mehr beweisen, dass du gut bist, als in irgendeinem PS 1-2. So, das ist Knockout mit... Alle Betäubungen sind weg. Ähm... Ich hab jetzt schon Piper eingeloggt, aber ist, glaub ich, auch ganz gut, ne? Ja, ja, mach das. Ist ja ziemlich offen, die Map und Shit. Ja. Digga, Hugo, das ist Knockout. Du hast ein Leben. Ach, Digga, ich hab ne gute Zeit gerade, muss ich sagen. Das ist einfach ein Troll. Da gibt's auch keine zwei Meinungen. Wow, ich hätte mir wirklich... Also, ich hätte mir keinen besseren Squad vorstellen können hier. Ja, es ist... Das ist so krass. Gar keine Versterbung. Wenn man raus ist, ist man raus, ne? Oh, Klo, 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 Klo! Oh, ich bin 1 AP. Oh, mein Gott. Huuu! Nein! Nein! Ich hab geworfen, sorry! Das war's. Das war's, jetzt hab ich nur noch einen Hugo. Oh, Jungs, ihr habt das, ihr habt das, ihr habt das. Oh, Gott, das reicht nicht. Hab einen! Er hat mich, er hat mich. Ich bestehere. Ja, du bist vergiftet. Also, dass du hier... Findest du das nicht selber ganz schrecklich, dass du El Primo genommen hast? Ja, doch. Alles gut, alles gut, alles gut. Wir holen das noch, wir holen das noch. Ich muss jetzt erst fühlen, dass ich weiß, dass es scheiße war. Ich hab da Damage. Oh, der eine ist fast down, der Kaktus. Könnt ihr den holen? Oh, schön, schöner Frack. Nice, schön, Bruder, schön, Bruder. Ich komm, ich komm. Nice. Haben wir, haben wir, haben wir. Wundervoll. Sauber, Comeback. Sehr gut runtergezockt. Sehr gut runtergezockt. Versuch mal, irgendwie eins zu treffen, dann hol ich mal eine Ult rein. Mach du mal, geh mal in den Busch, du hast auf jeden Fall in den Busch und Kevin vor uns da. Jetzt haben wir in den Busch und den Öl liefern, scheiße. Ich hab Crow, ich hab Crow. Hast du einmal Crow getroffen? Ja. Ich kann wieder springen, also wenn einer los ist, kill ich mich. Hab Crow, geil, sehr gut, dass du getroffen hast. Oh mein Gott, wo, äh, wie weit geht deine Ulti, Bro? Unendlich. Das ist so ein kleiner Roboter in die Steuer. Der Kaktus, der Kaktus. Scheiße. G. Wundervoll, ich hab richtig shit gemacht. Nur noch einer, nur noch einer. Curved. Nice. So reingecurved die beiden Shots. Schön, schön. Sauber, geile Runde. Ey, jetzt haben wir gecomebacked. 11.000 Damage, Hugo, let's go. Das laberst du, bei mir stand nicht mehr Damage. Ja. Bei mir stand, wie viel ich geheilt habe. Geil, das ist ja noch schlimmer. Dann heißt es aber auch, dass du weniger Damage hattest. Ich hab drei Leute geheilt. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Wenn da steht, 11.000 Heilung, hast du mehr Heilung gehabt als Damage. Und heilen tust du nur, wenn du angeschossen wirst und nicht wieder hochheilst. Ach, herrlich, ich bin so was. Chad, soll ich mal was anderes spielen? Oder sollen wir, ich zock mal in eine Runde Dynamite. Boah, auf der Map ist ein Thrower ganz, ganz, ganz schlecht. Okay, gut, perfekt. Hast du Insta-Pickt wieder? Digger, warum Insta-Pickt wieder? Ich spiele immer das Falsche. Bro, wir haben immer nur 20 Sekunden Zeit. Nein, aber du hast nach zwei Sekunden gewickt und 18 Sekunden sind weg. Vertrau mir, Bro. Boah, jetzt bist du Dynamite gegen eine Piper auf einer offenen Map, Alter. Wir müssten die Dings aus der Mitte sammeln. Ah, den Bonus hatten wir noch gar nicht. Das ist das erste Mal, das wir haben. Sauber, Hugo. Oh, ich habe geworfen, sorry. Double-Kill. W. Schön, Bruder, schön, Bruder. Old steht, sammel die Gems ein. Ich safte hier die Sachen ab. Sie darfst auf gar keinen Fall sterben. Ja, ich weiß, ich weiß. Du wirst jetzt ganz hinten spielen. Was eigentlich Katastrophe ist als Thrower. Alles gut. Ich muss heilen. Hugo, tu sie mal schön weg, du outranged sie alle. Ich weiß gerade nicht, was mein Gadget ist, um ehrlich zu sein. Ich bin tot. Oh mein Gott, ich lebe noch mit 1 HP. Ne, ich bin vergiftet, der Crow, Digga. Links liegt ein Gem. Scheiße, Leute, scheiße, scheiße. Hugo ist dauertod mit Mandy. Das geht nicht. Dein Gadget ist, dass du stunst. Dein Gadget ist, dass du stunst. Sau stark. Mit dem nächsten Hit, oder? Ja, ja, genau. Ah, okay. Ich habe jetzt meine Ultra-Hypercharge-Ult. Ey, Leute, wir haben es fast. Oh, Achtung, 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 Achtung. Der Stunt. Okay, nice. Oh mein Gott, saved. Oh, einen noch, einen noch. Der Tod. Oh nein, 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 da haben sie einen, da haben sie einen, da haben sie einen. Schnell, schnell, schnell. Die haben keine Schüsse, die Gegner. Und jetzt Rückzug, Rückzug, wir haben 10 Gems, Rückzug. Achso, ja, stimmt. Oh mein Gott, sauberer Kill. Nice, ich habe noch ein Prinzessin geholt. Nice, let's go. Haben wir, haben wir. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Sieben Sekunden runterzocken. Das ist es, das ist es. Ja, schön, easy. Nice. Gut runter. Noch ein Kill, sauber. Schön, 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 schön. Wir haben es. Sehr gut, sehr wichtig, sehr wichtig. Gute Arbeit. So, Hugo wieder mit dem wenigsten Schaden, mal wieder alles wie immer. Also, dass du mehr Damage mit Dynamite hast, als The Man, die ist krass. Hugo, du musst wirklich alles nochmal überdenken. Mann, es lenkt und nicht wie ein Braus, deswegen ein WLAN, aber aah. Ich bin Silber. Und ich habe auch einen kleinen Boost. Ich habe auch Boost. Knockout, Bels, Fels, okay. Äh, hier würde ich aber auf jeden Fall wieder Piper nehmen. Oder ist es sehr, obwohl es sehr nah kam. Da ist es, boah, ich weiß selber nicht, was wir hier spielen. Hm. Ähm, brr. Oh. Das ist aber, das ist aber, das ist aber Knockout. Ich weiß, aber ist eckig, ist eckig. Da wäre Werfer gewesen. Kette Tick und dann, na, jetzt habe ich, jetzt habe ich mal alles. Du hast keine Star Power. Ja, ich weiß. Wir haben alle, wir haben alle falsch gepickt. Boah, sind wir alle nah kam? Echt falsch. Wacht, du bist, äh, was bist du? Ich bin mit Range. Ich bin mit Range, nee, nee. Ach, Digga, fuck, das ist eine Piper. Ich bin tot. Oh, boy. Oh, mein Gott, okay. So, Digga, das ist ja Knockout. Oh, mein Gott. Ja, ja, das ist krass. Oh, mein Gott, ich habe wieder Ultra geworfen. Sorry, ich habe die erste Runde geschmissen. My bad, my bad. Hugo, sehr gut. Weiter dodgen, weiter dodgen, Hugo. Super, super, super. Schön, oder schön? Ich muss mich schwer machen. Gut, weggelockt. Digga, die spielen gut. Geh mich einfach von zwei Seiten. Hugo, du musst eins gegen drei machen. Jetzt hast du denn eins gegen zwei, was du machen wolltest. Daneben geultet. Ah, hat auch geworfen. Die Ult war arsch. Der hat mich richtig zerpflückt zu zweit. Kevin? Bin da, bin da, bin da. Yo, range uns alle. Das ist voll Katastrophe. Oh, geil, 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 geil. Oh, never mind, bin down. Oh, Mann. Ach, das war dumm, die zu fokussen, weil die ja wegjumpen kann. Oh, mein Gott, my bad. Aber ihr habt Refrag geholt, schön. Ich muss mich drücken, ich bin low. Jetzt auf gar keinen Fall kämpft, das ist die Trailer verstanden. Hugo, nicht stemmen. Okay. Ja, das ist sauber. Außer Max macht jetzt den Überplay. Nee, nee, die Sandy hat mich direkt erwischt. Ich hätte sie bursten können, aber die haben mich. Digga. Ey, Primo ist ja richtig scheiße gewesen hier. Winner, 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 Winner. Stun. Digga. Holst du mich noch auf Max Range? Da haben wir alle drei reingetrollt, ne? Kevin, zwei Ton Damage, was ist das? Ja, die Runde habe ich geworfen, das stimmt. Ich hatte den falschen Pick. Piper war auch Master, wie random ist das denn? Wie gut ist Master? Das ist das höchste, was es überhaupt gibt. War nur 2800 in ganz Deutschland. Ja, nice. Und gegen den haben wir gerade gespielt? Ja. Was ist das? Match? Einer vom Anime-Team-Spot. Ich war so gerade ein Flieger von einem Let's Play. Der hat geisteskranke Shots getroffen. Ich dachte, ja gut, dann ist das so. Aber das war ja... Warte, aber ich kann ja reintritt mit meinem iPad jetzt einfach weiterzocken und weggehen. Digga, ich bin mir kurz im Wasser. So many songs to singen M-Match-Pack, ich bin nicht drin! Was? Ja! Also, Melody und El Primo Band für Hugo. Was noch? Ich-Ich bin nicht drin! Ja, wir finden auch kein Game. Ich glaube, wir müssen das Game neu starten. Game neu start. Game neu start. Das ist so geil bei Mobile Gaming. Da ist Mobile Gaming so überlegen. Du kannst einfach in einer Sekunde ein Game neu starten. Bro-Stars... Bro-Stars... Ah, perfekt. Das ist okay, wenn weg ist, müssen wir einfach neu starten in unserem Leben. Da können wir 1-1 machen, schnell! Ich weiß gar nicht, wie das geht. Wie willst du spielen? Ich weiß, wie es geht! Wir haben keine Zeit für 1-1. Das ist immer wieder da. Ey, wie lange f*** ich kein Match, Jungs? Ja, du bist falsch. Du musst raus. App neu starten. Ah, okay. Warte. Ich gucke nochmal ganz kurz beim Dorf vorbei, währenddessen eine Sekunde. Wenn wir schon mal hier sind, so. Schnell hier. Oh, das ist ganz schön zerstört. Machen wir mal hier kurz den Magieturm. So, sorry. Oh, hier, warte mal. Ist das Labor schon fertig? Nee. Bist du noch bei den Plattis? Ja. Ich bin jetzt Townhall 11, Bro. Ich habe jetzt nichts mehr gerusht auch. Ich, ähm, ich, äh, ich facke das jetzt immer so, dass ich wirklich alles upgrade, was es gibt. Und dann erst weitergehe aufs nächste Level. Das ist geil. So macht man es. So macht man es. Ja, Chad meinte, ich habe am Anfang, als ich Onshriemen gespielt habe, ein bisschen gerusht. Weil ich wirklich wusste. Dann haben Leute mich aufgeklärt. Ja. Und es ist auch viel geiler. Es fühlt sich viel besser an, wenn man nicht gerusht ist. Ja. Und dann, und dann, weißt du so, du, du gehst so in diesen vorgeschlagenen Tab oben rein. Und dann schlippst du runter, was du alles noch machen kannst. Ja, ja, ja. Und da steht nur Rath aus. Und du denkst dir so, boah, Digger. Wow. Ich kenne es auch. Bestes. Stimmt komplett. Stimmt komplett. Ja, sehr gerne. Und du kannst nicht gestunt werden. Ich weiß doch nicht, was stark ist in diesem Modus, wo man nicht gestunt wird. Äh, okay. Ich bin halt Jesse. Ja, mach mal Nahkampf. Mach mal, mach mal so Duck oder Jackie. Ja, guck mal Jackie. Soll ich auch mal Nahkampf? Ja, ja. Ich rede gerade von Hugo. Ähm. Mach du deinen Bass. Kevin, der ist stabil. Okay. Ich hab nur El Primo und Frank Nahkampf. Mach El Primo, mach El Primo. El Primo! Ihr habt halt auch viele nicht. El Poco wäre auch nice und sowas. Werfer wäre eigentlich noch geil. Der zeigt Mittelfinger. Ja, ja, ne? So, ist dein Schal. Ja, okay. So, wir dürfen jetzt am Anfang nicht unseren Busch verlieren. Okay. Geh mal hier nach links trotzdem. Einer kann ruhig schon mal reingehen. Da sind wir Punkte. Oh. Nicht so dicht an Edgar. Nice. Sorry. Aber wir haben uns gegenseitig gefreckt. Das denke ich, okay. Boah, Digger machen die Damage. Digger, wir einfach... Mann! Ich hab komplett... Nein, du holst mich. Ah, ich bin dauernd. Du heilst den Edgar. Wie heißt dieser Feuerfrau? Amber. Amber, okay. Schön. Ich komm auch, ich komm auch. Der hat ein Problem mit deinem Maik. Der ist down. Schön, Bro. Sehr gut. Max, geh ruhig ein bisschen zurück. Ja. Ey, sind gerade Stunts aus? Ja. Ach, Digger. Ich wundere mich darauf, dass ich mit meiner Ultimis stunde. Fuck, Mann. Ich bin so scheiße. Oh, nein. Oh, ich hab einen Hutenkill gemacht. Schön. Sauber. Aber wir liegen jetzt ordentlich. Nein! Nein! Oh, Mann, ich bin so ein Bot. Ich bin so ein Bot. Aber wir holen das. Wir holen das. Wir holen das. Ich versuche, dass mein Geschütz überlebt. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nice. Genau so. Genau so. Oh, schön. Schön. Eins für zwei getradet. Nehmen wir. Geht da mal rein, Hugo, dass wir da Vision haben. Okay, jetzt zu spät. Jetzt zu spät. Ich bin tot. Edgar springt drauf. Aber wir haben 86 Prozent, Leute. Ja, lass uns erstmal wiederholen. Ja, lass, lass, lass groupen. Schön, Bro. Oh, fuck. Ich hab halt keine Ulti mehr jetzt. Boah, jetzt ist es halt richtig schön für mich. Ich fang mal rein. Kank getroffen, W. Oh, mein Gott, wir verlieren das. Oh, mein Gott, wir verlieren das. Nein, das kann nicht sein. Oh, mein Gott, wir verlieren das. Oh, mein Gott, wir verlieren das. Oh, mein Gott. Ey, Leute, ich glaube, dass ich mit Bass echt Müll bin, leider. Nein, du warst 5,7. Du warst echt gut. Trotzdem doppelten Damage von Hugo, Bro. Du bist rein. Hugo ist wirklich bei allem Respekt. Ihr spielt die gleiche Rolle. Ihr springt als Tank rein und macht Damage. Kevin macht fünf Kills, 40.000 Damage und hält die Zone. Hugo ist nur am Feeden, macht kein Damage, kann nichts dodgen. Hugo. Du hast gesagt, du bist der Über-Brawler. Kommt da nichts mehr. Hat Hugo den Call verlassen? Nee, der ist noch da. Äh, ich zocke auf jeden Fall Piper diese Runde. Weil Knockout ist, glaube ich, richtig geil. Was ist der? Was ist der? Ist wieder kein Stun, ne? Digga, es gibt 78 Brawler und keinen Brawler mit Z. Z? Das ist crazy. In jedem Game gibt es einen mit Z. Ach du Scheiße, wir haben eine Bot-Runde bekommen. Warum? Weil Hugo so gefiedelt hat, eben 04. Deswegen können wir jetzt eine Bot-Runde. Das ist krass, oder? In Bronze. Ihr seid noch Bronze, ne? Mhm. Also bist du sicher, dass wir eine Bot-Runde haben? Ja, ja, es sind Bots. Woher weißt du das? Ranked vom... Man sieht immer der Name plus der Name. Man rankt und so alles zusammen, sowas. Guck, die laufen einfach rein. Und was machen die denn da? Die heißen sogar Mod. Easy. Und trotzdem hat Hugo wieder am wenigsten Damage. Ja, ja, das ist krass. Weniger Damage als ich als Werfer. He, eine Runde, eine Runde, so krass. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, mein Favorite 3-on-3-Modus ist Knockout. Ich finde das übelst geil, ja. Ja, ja, wo dann nur einer lebt. Am geilsten ist ja, wenn du so 1 gegen 2 hast oder so. Und dann Klaschotest noch. Das fühlt sich so cool an. Jetzt Kopfgeldjagd. Er hat wieder Mandy gepickt. Haben wir verloren. Warum macht er das? Ich glaube, mein Pick war aber auch nicht so gut auf der Map, oder? Doch, ist ja hier wenig. Das ist vorbei. Es wäre nur, wir könnten es nur schaffen, wenn Hugo in uns drinne bleibt. Und sobald der Edgar auf uns springt, macht er Damage auf dem Edgar. Nur so könnten wir es schaffen. Da, er ist drin. Jetzt muss Hugo einen Weg machen. Ist einer für den Edgar? Ja, er hat ihn sauber. Schöne, Hugo. Hugo, redest du noch mit uns? Sehr gut, Hugo. Groh, 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 Groh. Der ist tot, der ist tot, der ist tot. Schön, Bruder, das stimmt, Bruder. Achtung. Da muss halt dann, so können wir gewinnen, wenn Melody dann instant löscht, aber ist auch schwer. Ich muss heilen. Alter, das haben wir aber auch easy, die Runde. Ja, pass auf, das ist halt fertig. Oh, mach, 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 mach. Löschen, 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 löschen. Sauber. Hier ist der Typ, der immer auf uns draufjumpft. Das ist Edgar. Das ist Edgar. Ja, ich hab den Skin nicht erkannt. Okay. Cactus ist down. Nice. Zwei gute Shots getroffen. Ach, verdammt. Oh, 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 oh. Wir müssen halt auf Edgar aufpassen, ne? Wenn der mich catches, over. Schön, Bruder. Nice. 20 zu 13. Gute Runde. Gute Runde. Gute Runde. Gute Runde. Gute Runde. Oh, wir sind Silber. Wir sind Silber. Let's go. Let's go. Rank up. Yo. Okay. Was bekomm ich? Ich hab einen Skin bekommen, oder? Yo, ich hab einen Piper Skin bekommen. Was? Digga, wie geil. Dir fand ich sogar ziemlich nice, den Skin. Digga, wie random, dass du einen Piper Skin bekommst. Ist das random? Ja, natürlich. Du kannst von allen Brawlern, die du hast, einen Skin bekommen. Okay, das ist wirklich geil. Sehr nice, nehm ich. Du bist jetzt Silber? Ich bin jetzt Silber 1, ja. Je länger die Season geht, desto leichter wird, hochzukommen. Aber das ist schon mal gut. Ja, wir sollten Diamant, sollten wir aber packen, denke ich, oder? Ja. Ich weiß nicht, ab wann. Es wird ja at some point irgendwann richtig schwer, wahrscheinlich. Hm. Der andere ist geiler. Ich mag den, den ich gekauft hab, auch mehr. Aber für die Abwechslung. Aber ist auch geil, mal verschiedene zu haben. Novelenjagd ohne Stun. Oder ist Fett Busch? Nehmt ruhig mal so Tank oder Piper. Aber, oh. Ich kann auch nochmal Bass zocken. Ah ne, jetzt ist Stun wieder offen, ne? Ja, ne, dann mach ich das nicht. Dann soll ich Piper. Boah, Piper, bei dem Piper ist, glaube ich, hier Arsch. Aber ich hab Rosa. Zwei Diamond-Gegner, wieder ein Edgar. Oh, der Edgar kontert mich. Der ist ja so crazy wie Mobile-Games inzwischen aussehen, Junge. Im Vergleich zu den Early-Days von so iPhone 1 oder so. Also nicht 1, sondern so 3G oder was das war. Okay, die Gegner haben die... Warte, gab es ein iPhone 1? Ne, das hieß da nicht so, oder? Wie hieß das? Nice, guter Held. Schön, bro. Nice. Ey, macht meine Schüssel wie mehr Damage, wenn die weiter treffen? Oder ist egal? Ah, misstlick, misstlick, misstlick. Brauch Hilfe schnell. Oh mein Gott, ich hab ihn so viel gefressen. Ey, Max, machen meine Schüssel mehr Damage, wenn die weiter weg sind? Ich glaube... Es ist ein Perk, aber ich weiß nicht, ob das das automatisch ist. Oh, 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 Jungs, 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 Edgar und me. Die müssen wir verprügeln, die müssen wir fokusten. Ah, schön, 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 aber ist okay, nehmen wir. Nehmen wir, wir haben noch alle Gems. Okay, schreibt, ja, okay. Boah, ey, beim Mobile-Gaming ist echt nicht so geil, nebenbei zu essen. Ich hab die ganze Zeit so fett schlieren. Oh nein, so fett schlieren. Ich hab Fettfinger auf dem iPad, Leute. Wir werfen das jetzt gerade. Achtung, der hat an... Edgar, Edgar, Edgar. Die füllen uns alle. Die müssen wir zusammen fokusten, wenn der kommt. Ja, ja, das ist die Scheiße. Bro, der ist ja ultra-ob. Haben wir verkackt. Haben wir verkackt, hätten wir alles zu haben. Wir können es doch schaffen, wenn jetzt keiner stirbt. Ja, Ems ist aber auch krass im Kiten. Aber wo ist Edgar halt? Oh ja, es gibt eine Verlängerung. Schööööön. Rückzug, rückzug, rückzug. Schööön, Junge, was ein comeback. Ja, ja. Crazy. Hypercharged und ult. Keiner darf sterben, keiner darf sterben. Zehn Sekunden halten. Alle zusammen, alle zusammen. Der Edgar kommt gleich wieder. Okay, muss hier nochmal ein Busch. Holt ihr den vorne? Ah, nein. Jetzt ist immer noch zehn, jetzt ist immer noch zehn. Alles gut. Alter. Let's go, Alter. Was, ein turn. Das war geil, Digger. Let's go, wie immer. Ey Hugo, bist du eigentlich noch da oder? Das war ein Comeback, Alter. Und zwar ein richtiges. Hugo, wie läuft's? Ich muss offline gehen. Was denn? Mein Spiel lag zu viel. Dein Spiel oder deine Aufnahme? Meine Aufnahme. Aha. Hast du mal versucht, die Aufnahme in 360p oder so zu machen? Digga, du willst dich verarschen. Nee, ich mein's ernst. Hä? Wer schaut sich das an? Keine Ahnung, dein Stream schaut sich auch so. Keine Ahnung. Dann lass das Bild ganz weg. Mach nur Ton. Mach die Facecam groß. Nee, aber Realtor, probier doch mal 360p. Oder 720 wenigstens. Als ob du scheiß WLAN hast. Das kann ich beim besten Willen nicht glauben. Sonst mach deine Facecam aus und schwenk sie einfach auf dein Tablet. Das wär so geil. Mach Handcam. Mach mal so richtig Ass, Hank. Ich glaub, das ist so scheiß, dass das wieder geil ist. So Bastigi AG-mäßig. Ja, ja, genau. Ich hab so viel Schokolade gegessen, ich brauch Schmerzen jetzt. Ich hab der ganze Packung Schokoreis-Waffeln gegessen, während wir zocken hier. Das ist doch aber nicht geil, Alter. Oh Mann. Wie kann man Schokoreis-Waffeln so feiern? Doch, ich find die schon geil. Die sind schon hart. Guck seinen Stream. Wait, macht der das gerade? Man findet sich nicht immer ein Hugo-Eye. Das ist ja schrecklich. Digga, er flippt die Kamera. Das ist geil. Alter, das ist so kacke. Das ist geil, Digga. Boah, das ist richtig anstrengend zu gucken, irgendwie. Ich find das geil. Aber es leckt nicht. Ich find das gut, mach das mal. Alter, Junge, no joke. Mir wird low-key schlecht, das zu gucken. Nein, wir haben jetzt auch ein bisschen sehkrank. Instant, aber mach das mal kurz. Instant. Mir ist schwindelig. Oh Gott, mach das aus. Tresorraub. Okay, da bin ich immer übertrieben mies. Oh, Tresorraub. Boah, ich würde jetzt hier, glaube ich, wieder Buzz picken einmal. Ja, mach das. Ich glaube, hier ist Buzz stark. Diesmal ist dann auch nicht weg oder so. Was soll ich nehmen? Du kannst Mandy, äh, Melody nehmen wieder. Na ja, moin. Ist ja egal. Du fielst mit Mandy, Melody und Frank. Also, keine Ahnung. Du darfst dafür jetzt picken, was du siehst. Ich freu mich schon wieder auf 12.000 Damage. Can't wait. Toll. Drei Diamond-Gegner. Jetzt können wir uns direkt in die Haare schmieren. Ich push durch, oder? Hab einen, hab einen, hab einen. Ich hab Edgar. Bin tot. Tötet ihn, tötet ihn. Nice. Hugo, das war gut. Nice. Nein. Ich hätte vielleicht einfach für den Damage auf den Tresor gehen sollen. Ja, ja. Ist immer besser. Achtung, ich komm von allen Seiten. Das mal auf rechts fokussen. Junge, der Dynamark ist ja mega Müll. Ich hab ein bisschen Damage drauf bekommen. 12 Damage. Da kommt ein Tresor. Ja, es ist... Du greifst doch einfach an, Digga. Obwohl du nicht heilst. Oh no, was ist das? Du musst heilen. Du standest hier und hast dich geheilt. Oh. Oh, damit hat er nicht gerechnet. Ja, ich hab das Gefühl, immer wenn ich Buzz picke, verlieren wir. Aber ich weiß nicht, ob es an mir auch in den Leaks liegt. Nee, ist jetzt auch. Ich hab das Gefühl, Hugo ist jetzt nicht unbedingt. Die Gegner sind auch Diamond alle. Die spielen jetzt mit uns. Okay, ich bin da im Tresor. Tod. Das war's. Hier ist alles vorbei. Unser Tresor ist weg. Es sei denn, Hugo macht jetzt einmal in seinem Leben Damage. Hugo, wir brauchen dich. Was? Wer ist denn dieser Furry, der da ist? Ja, das ist Lien. Der ist krass. Alter. Ja, das war's. Oh, war GG. Toll. Deinmal Tresor. Oh, was ist das? Und Hugo wieder den wenigsten Damage, Bro. Bruder, ich, nee. Sorry, Jungs, aber meine Mutter hat mir gerade angerufen. Warum? Ja, ich muss offline gehen, meinte sie. Um 21 Uhr. Ja. Was musst du jetzt machen? Ich muss Sachen packen, essen und dann Kicker. So, okay, gut. Ja, nee, Kicker, das macht Sinn. Nee, dann musst du jetzt weg. Ja. Ja, Leute, Hugo muss morgen um neun losfahren. Deswegen muss er jetzt, äh, über zwölf Stunden vorher packen. Weil das Packen dauert schon so. Bis du so viele T-Shirts eingepackt hast, brauchst du locker jetzt bis halb eins. Bro, du musst die Zahnbürste mitnehmen. Nee, dann geh schnell off. Ich hab letztens viereinhalb Stunden für die Zahnbürste gebraucht, Mann. Schnell off. Ja, ja, die dauert wahrscheinlich lange. Okay, dann soll ich den wahren Grund sagen, warum ich offline gehen? Ja. Ich hab keinen Bock auf euch. Dann spiel halt besser. Ja. Don't hate the player. Hate the game. Hate yourself, wenn du feedest. Don't hate the player. Hate yourself. Schön gesagt, schön gesagt. Danke. Also einmal musst du noch Starspieler eigentlich sein, Hugo. Ärgert dich das nicht, dass du jetzt hier so als Feeder offgehst? Okay, okay. Weißt du was? Weißt du was? Wir spielen eine perfekte Runde noch. Das war so leicht. Und du mit denen. Du wirst nämlich der Schlechtigste sein. Ja, dann mach ready. Okay. Oh Gott. Doppel-Hotzone. Boah, da kracht's. Den soll ich nehmen? Boah, ich weiß auch ehrlich nicht, wenn ich nehmen soll. Äh, äh, nimm deinen Frank. Ohne Witz, nimm deinen Frank. Ah ne, ist ohne Stun? Egal. Ne, wird Stun scheiße sein. Frank und Edgar. Ja, das ist geil. Das ist es. Melodie. Boah, ist das wieder Feeding. Ohne Witz, ich hab 540 PS eingestellt, das gibt's trotzdem scheiße. Wer hat hier grad so ausgeatmet? Das war Max. Ich atme aus. Warum? Ach, gibt es zwei Zonen hier? Oh fuck, hier ist Miko, da müssen wir helfen, da müssen wir helfen. Miko kann ja nichts machen. Es gibt zwei Zonen. Ja, ja, es gibt zwei Zonen. Ey, ich bleib in der Zone, ist doch smart, oder? Ja. Ihr müsst das alleine machen, Männer. Ja, ne, also Hugo muss mich vor dem Miko beschützen. Aber er, oh Gott, ist das schrecklich, was Hugo da macht. Ey, Leute, 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 wir haben 1% mehr. Ja, ja, ist gut, ist gut, ist gut. Man ist lagged. Ich hab da jetzt richtig Damage reingemacht. Ich könnte rüber, ich geh rüber, ich geh rüber, ich geh rüber. Go, 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 go. Okay, Max, kannst du zum Recht gehen? Okay, aber jetzt steht drüben einer. Ich kann gegen die Miko nichts machen. Hier müsst ihr Edgar und, Edgar und, äh, Melodie. Nein, geh du bei mir rein. Hugo ist falsch rumgelaufen, Hugo ist falsch rumgelaufen, scheiße. Nein, G. Man, die Runde wäre ich wieder der Schlechteste, können wir aber skippen. Ich hab gleich Ulti, dann geh ich rechts rein. Hab ich? Was ist das? Seine Ulti? Pass auf, Achtung. Sehr gut, er hat einfach drinnen stehen. Du kannst gegen ihn kämpfen, du musst genau teilen, wenn er grad gelandet ist, dann musst du ihn angreifen. Hier ist noch einer. Digga, er hat sogar meinen Gettet kaputt. Boah, schön. Ich kann nichts gegen Miko machen. Schön. Könnt ihr rechts holen? Ich hole dir den Geldautomaten. Nice. Hugo, kannst du jetzt mal ganz Spicks werden? Ein Kill. Okay, ich geh in die Warzone. Er hat den Double Kill. Hugo hat's zum ersten Mal geschafft. Er hat den Play gemacht, nach zwei Stunden. Die Runde haben wir. Die Runde haben wir. Was? Nee. Morgen wird ein Runde gesichert. Acht so, die Zone kann voll sein, sich gerade. Wieder rüber rein. Wieder drüben rein. Hä, wir verlieren jetzt noch. Warum bist du weggegangen von drüben? Von was meinst du? Von rechts? Von rechts? Ja, warum bist du da weggegangen? Können die da auch wieder wegnehmen, oder was? Chat meinte, chat meinte. Chat meinte, rechts ist voll. Jetzt ist vorbei. Dein Chat hat dich verarscht, Digga. Bro, hey. Wieso, wie rechts ist voll? Chat meinte, rechts ist voll. Ich bin wieder der... Nee. Nee. Wie, was ist denn voll? Naja, anscheinend muss man 50% auf der einen voll machen und 50% auf der anderen. Krass. Dann war es richtig. Nee, das war's. Aber ich hätte, glaube ich, trotzdem bleiben müssen. Damit die es nicht kriegen. Damit die es nicht kriegen, genau. Ja, ja. Also es war für uns voll, aber für die nicht. Und dann hätte ich verteidigen müssen. Ja. Ready up. Ja, Chat hat geworfen. Chat ist ein... Das war's schon schon. Nein, nein, nein. Du zockst noch eine. Du wolltest einmal Starspieler werden, Hugo. Komm, Bruder. Mein Game leckt die ganze Zeit. Ja, dann machen wir doch mal. Mach doch so geil mit so von oben. Das war doch super nice. Wie wird das? Ich wollte heute eh noch kotzen. Mach nochmal mit der Handcam. Mach Handcam, los. Mach die Handcam. Mach die Handcam. Komm, mach die Handcam. Komm, machst du. Nein. 15 Minuten Handcam, los. Nein, mach ich nicht. Ja, gut. Aber dann jetzt auch mal anstrengen. Ja, ja. Oh, Knockout mit Detonation. Das ist unser Modus. Das ist bald die ganze Mapflix. Ich talk wieder Piper. Das ist jetzt vorbei. Ja, Piper, Mandy, Nani. Das ist unser Matchup. Easy W. Easy W. Wir haben es ja immer gewonnen. Die werden wieder einen Tank haben. Und wenn der Tank auf uns zukommt, dann müssen wir den wegbursten. Dann müsst ihr eure Shots treffen. Wenn Hugo einmal daneben schießt mit Mandy. Neben den Edgar. Dann ist something duster. Ja, ist wieder eine Botrunde. Trotzdem nicht die Botrunde verlieren, bitte. Ja, krass. Das ist eine AI, die spielt wie Hugo. Oder für Charity. Okay, komm. Da war... Nee, nee, nee. Ab einen. Zwei down. Nice, let's go. Ich habe das Gefühl, ich war Hälfte der Runde afk. Und ich werde trotzdem mehr Damage am Inneren haben als Hugo. Ja, ja. Man, es le... Oh, nee. Nee, das ist eine letzte Runde. Es reicht. Es reicht. Ich gehe daher. Jo, mach das. Boah, du hast dein Dash predicted? Boah. Ja, oder ich habe einfach daneben geaimt und erst reingeflogen. Und das war's jetzt. Und das war's jetzt. Schön. Schön. Ey, das waren gute Punkte. Weiter geht's. Sehr gut, weiter. Das gibt Punkte. Weiter geht's. Q rein, Bro. Tresorraub ohne Stunts. Welche Map? Oh Gott. Warum immer ohne Stunts? Ich verstehe es nicht. Ja, also ich bin hier auch überfragt, was wir hier spielen, ehrlich gesagt. Ich will mehr in die. Ihr müsst halt dann auch, wenn ihr weit weg seid, auch mal den Tresor snipen, wenn ihr einen gedownt habt, ne? Sonst verlieren wir wieder. Sonst haben wir gleich... Die haben zwei, haben viel mehr Kills als die, viel mehr Damage, aber die haben unser Tresor weggehauen. Die haben auch ein Handy. Okay, let's go. Nice, rechts down. Was müssen wir hier machen? Achso, das Tresor, ne? Ja. Oh, ich bin ein HP, Digga. Ich habe ihn auseinandergenommen. Richtig Kaktus wegschießen. Oh, cool, doch, war gut. Ich habe zwei Schüssel drauf. Oh, ich bin gestraubt, leider. Fuck. Aber wir haben guten Damage, wir haben guten Damage. Oh, das war gut. Das war geil. Ja, das sollten wir haben. Das war scheiße. Oh, ich ziehe durch. Mach's gut, Jungs. Ciao, ciao. Kaktus kommt. Leute, macht jetzt gerade Damage, da. Nice. Nice. Aber wir liegen vorm Schal... Oh ja, jetzt kommt Damage. Ich mache guten Damage. Ich muss zurück, leider. Was macht denn der Kaktus, wenn man den kaputt macht? Dann heilt er die Gegner ganz dolle. Okay. Der Kaktus-Mann ist down. Ja, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Ah, nein, ich habe Ulti zu spät gemacht. Aber 50 Prozent, das haben wir. Muss nichts heißen. Na, ein Prozent, ein Damage noch, dann haben wir es. Oh ja, ein Prozent. Manny, mach Ult, Manny, mach Ult. Ich mach Ult. Nice, schön. Manny macht Ult, geil. Schön, super. Hugo wieder mit dem wenigsten Damage, alles wie immer. Nein. Das verstehe ich mit Manny, ehrlich gesagt, gar nicht. Du kannst dir Ult einfach auto... Du musst einfach, du hast, du schießt immer Auto-Attack. Dann musst du einfach Ulten und die Ult trifft gefühlt immer als Auto-Attack. Also ich, das ist verrückt. Du musst dich doch schon gegen wehren, dass du die Gegner triffst. Aber das ist ja kein Problem. Du hast ja auch erst tausend Trophäen, ne? Juwelenjagd. Warte, wie viele Trophäen hast du, Hugo? Alles klar, verstehe. Ne, gut. Ne, dann ist okay. Nice. Frank auf einer völlig offenen Map. Geil. Ich stelle euch schon mal ein, ob die 9000 Damage wiederflogen. Der wird ein... Also das können wir jetzt schon gar nicht mehr gewinnen, weil die Getäne laufen in uns rein und er kann uns nicht verteidigen, weil er zu wenig Damage hat. Der wird den Edgar wieder heilen. Okay, nice. Ey, 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 weg. Er heilt den Edgar. Er klärt's mir doch, warum er heilig ist. Achtung, 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 Max bei mir. Du heilst ihn. Oh, meine Ulti war gut. Ulti war perfekt. Der Auto-Tech kriegt nicht. Schön! Ey, Leute, das gewinnen wir. Ey, wir geben mir die ganze Zeit diesen Bellschuss her. Hier rechts ist noch ein Sniper-Guy. Der Böse... Nice. Oh, ich bin low HP. Ey, Leute, die Bell snipet und dann wird der Schaden hin und her getragen. Und den Teil... Weißt du, was ich meine? Hab ich verkehrt, weil Hugo sich treppen lassen hat? Ja, genau. Oh, mein Gott, Digga. Wieso hilft er immer? Hugo hat sich snipen lassen von der Bell und hat dann den Schuss bei uns weitergetragen. Oh, ich hab mich auch aussnipen lassen. So, weg jetzt schnell. Edgar darf keinen mehr haben. Er hat neun. Wir können es jetzt noch schaffen, Leute. Wir können es jetzt noch schaffen. Könnt' den halt pushen. Ich weiß nicht, wie smart das ist. Oh, ich hab einen guten Kill. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir können es jetzt... Wir verteidigen jetzt einen. Oh. Schön. Haben wir, haben wir. Aber bringt nichts. Wir brauchen nur den Edgar. Hugo, wir brauchen dich auch full life. Ich hab den Edgar down. Der Edgar ist fast down. Jungs, ich brauch uns. Edgar ist auf 2K. Guck, 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 guck. Rechts in der Ecke. Hast du den in der Dings gebracht? Ja, ich bin dumm. Sorry. Ich hab wohl auf den. My bad. Könnt ihr den killen? Kommt ihr da ran? Wo ist denn der? Ist der hier rechts hinten? Rechts in der Ecke. Rechts in der Ecke. Ja. 4 Sekunden noch. Oh nein. Der hätte jetzt was durchgegangen. Nein. Du hast ihn wirklich... Du hast den Eilgem geschnappt und in deren Base gebracht? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich geb da oben runter bei mir selber. Das ist crazy. Wir hätten das gewonnen. Wir hatten die Mitte. Du hättest du nicht... Ja, my bad, my bad, my bad. Ist war mein Fehler. Sorry. Hugo, Glückwunsch. Nein. Du warst nicht der schlechteste Spieler. Weißt du was? Weil Kevin hat immer für die gespielt. Ich hab geworfen. Oh, ihr habt neun von zehn. Ich bring euch noch allen die Base. Kein Problem. Ich bring euch das mal eben als Sniper rum. Sorry. Sorry, my bad. Hier müsst ihr aufpassen. Die Map ist knifflig. Knifflig? Ja, ja. Hier fährt ein Mindcard hin und her. Und das macht Damage. Ihr dürft auf gar keinen Fall... Wenn ihr vom Mindcard sterbt, seid ihr richtig Arsch. Man sieht das 30 Sekunden vorher, wo das langfährt. Das darf euch nicht überfahren. Okay, das wird nicht passieren, bro. Wer vom Zug stirbt, darf nicht mehr mitspielen. Was ist das lila in einem Enemy Team? Ist das... Das ist gut. Das ist gut. Kann man durch den durchschießen, durch den Zug? Nee, ne? Lass mich hier den Roboter holen. Einer P. Ich hatte einfach Bock zu sterben. Das ist doch scheiße. Jetzt haben wir schon direkt die Mitte. Ah, okay. Da ist Edgar. Edgar, jetzt helfen. Weil Edgar muss mir sofort helfen. Ja, komm mal, komm mal. Nice. Ja, sehr gut. Genau so, Hugo. So können wir es gewinnen. Wenn der Edgar auf uns drauf spielt, dass wir ihn töten. Was? Wie hat der nicht getroffen? Was ist das für eine Ult? Oh, der Edgar wird gleich auf mich drauf jumpen, glaube ich. So, du hast gegen den Surge verloren. Mann, es lag, es lag. Du hast gegen den Surge verloren. Alter, ich verliere gleich gegen mich selber. Oder Hugo, aber ich verstehe nicht. Also, ich verstehe ja, dass er eine Übertragung laggt. Aber du kannst, du tost auf deinem Handy. Ja, aber es triggert mich einfach, wenn es laggt. Checkst du? Ja, aber ist doch egal. Ja, ist doch egal. Du spielst doch trotzdem scheiße. Das macht, glaube ich, keinen Sinn, dass ich einen Werfer spiele, wenn wir hier gar nichts gerissen kriegen. Hugo frisst jeden Schaden. Du hast mich einmal gedodged heute. Wie viel haben wir? Oh, Jungs, wir brauchen mehr. Oh, mein Gott. Wir hatten die meisten, der eine geiler Links, ne? Ja, die kriegen wir eh nicht tot. Wir müssen jetzt die Mitte einmal einnehmen und dann halten. Keiner darf mehr sterben. Oh, den müssen wir kriegen, den müssen wir kriegen. Hier müssen wir. Das ist vorbei. Das ist schrecklich. Den müssen wir holen, den Mac, 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 okay, den Mac. Schön. Könnten sie das schaffen, wenn Hugo jetzt mal einen aufspielt. Hugo hat einen Kill. Hugo ist tot. Ja, das ist sauber, glaube ich. 15 Sekunden, ich habe keine Ult. Hier, wir können den hier vorne holen, den Mac. Ist down, ist down. Ah, nein, wer meint, die haben mehr als den? Oh, wir können schaffen, wir können schaffen. Der Edgar, der Edgar, der Edgar, meine Ult fliegt. Komm, 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 komm. Ja, ja. Ja, die Münster jetzt rausholen, die Imovielen rausholen, rausholen da. Schnell, töten und rausholen. Ja, jetzt lebt er wieder. Komm. Jetzt lauf, Hugo, lauf. Ich bin vom Zug gestorben. Okay, gestorben. Du bist gestorben. Du bist gestorben vom Zug, lass dich mal misspielen. Das war's, GG. Hugo ist vor vom Minecraft gestorben. Nein, bin ich nicht, ich habe nur zuerst bekommen. Digga, das war's, GG. GG, schade. Der springt noch mal rein als Disrespect. Der springt mit 12 Juwelen noch mal rein. Das war's. Digga, also ich verstehe, versteht ihr das? Ich glaube, man kann hier Frank gar nicht gut spielen. Naja, ich glaube, der pickt mal Müll. Wieso Frank, WTF? Wir haben eine ganze Zeit, es steht so, dass du Frank spielst. Digga. Geil. Warum immer Frank? Nee, mir reicht es jetzt. Ja, Chick ist auch gut als Thrower, aber nicht in der Kombination. Ein, zwei Matches machen wir noch. Ja, komm. Ich bin aktuell... Aber Silber ist schon echt okay. Für erste Session ist... Ja, ja, vor allen Dingen die ganzen Diamonds. Und Master und Mythic-Spieler sind jetzt ja auch alle Silber heute. Warum queuen wir gegen so viele... Ach so, weil neue Season ist. Ja, ja, die haben zwar einen krassen Push. Die pushen 25% schneller. Die sind dann relativ schnell weg, aber heute sind die noch teilweise da. Okay, ich verstehe. So, was haben wir jetzt hier? So, China, ich sag, was ich spielen soll. Komm. Wenn du richtig spielst, ähm, dann Melody, wenn du in den richtigen Momenten reingehst. Aber das, äh, das kriegst du nicht hin. Wenn Kevin oder ich ein paar Schüsse treffe und die load, dann kannst du dich reinstürzen. Ja, aber warum ich reinstürzen? Erklär. Hä, du bist doch ein Assassin mit Ult. Bam, bam. Zweimal rein, zwei Leute töten und dann den Hotspot behalten. Dieser Dash macht kein Damage, das weißt du. Ja, aber da bist du drin, deine Not macht ja den Damage. Ja, aber bei den Noten muss ich so halb, also da darf ich nicht drinnen drin sein, sondern so neben denen. Ja, ja, so neben denen, da steht schon alles drin. Nice. Schön. Ah, ich bin dauernd, glaub ich, nee. Schön, Hugo, gute Arbeit. Ja, das haben wir. Oh, wir wollen grad... Hätt ich ja meine Ulti, meine Ulti ist nicht durchgegangen. Ja, ja, wir waren gestunt. Wir haben eine Drei-Mann-Tara-Ult kassiert von einem Bot. Das sind doch keine Bots? Das sind Bots. Out of my way, Green Lord. Das sind Bots, Hex-Walt. Show some respect. Digga, Hugo, mach zum ersten Mal Kills. Ja, ja. Wenigstens vier. Ops, sorry. Sorry, Chef. Oh, da haben wir kassiert. Wir waren schon wieder, ey. Wir kassieren von einem Grom eine Drei-Mann-Ult. Wir verlieren gegen Bots. Das ist so geil. Die Drei-Mann-Ult, der Boss emotet. Schön, Rainer. Ihr meintet, es ist egal, ob wir zu dritt drinstehen oder ob man alleine drinsteht, ne? Ja. Ja. Startspieler, komm! Legt mich! Digga, ich war abgestiegen von Silber 2 in Silber 1. Was waren wir hier? Digga, Kevin02, keiner redet davon. Ja, ich hab nebenbei gechattet. Digga, das ist egal. Gegen Bots ist egal. Ich hab nebenbei noch Whorzap. Ich hab nebenbei noch Whorzap. Bro, er feiert Weltmeisterschaft, weil er elf Kills. Ach, ihr verarscht mich, Karl. Wenn Brawler Schaden erleiden, beginnen sie stetig TP zu verlieren. Okay. Das kriegt man quasi wie so eine Art Gift drauf, oder wie? Ja, ja. Dann heilst du auch später. Das ist krass. Okay, das ist krass. Ja, dann ist ja Sniper perfekt, oder? Ja, ja, klar. Natürlich. Das ist geil. So, Hugo, jetzt bitte einmal ansteigen. Jetzt lass es einmal haben. Das müssen wir holen. Was ist dieses Rote oben rechts? Boah, das ist gut. Jetzt Mythic oder so. Die sind schon... Die sind gut. Also, keine Ahnung. Einer down? Alter, sauber. Wir haben Überzahl. Das dürfen wir jetzt nicht werfen. Hier, die Frau ist was tot? Die Frau... Oh, nein! Okay, okay, schön. Max, du musst es haben. Eins gegen eins. Das ist eine Mythic-Nani, die Gegner. Nein, 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 Bruder, das holst du. Max, wir brauchen dich jetzt. No! Ja, was ist denn am passiert? Ich habe den Damage zurück zu ihnen reflektiert. Schön. Das war der Damage-Unterschied dann. Oh, Digga, ich habe Über-Damage bekommen. Wie lange geht denn das? Okay, geht. Hast du getroffen mit den Hit, Hugo? Ja. Musst du doch sagen. Ich traue mich hier nicht mehr zu sehen. Guck mal, jetzt haben wir den Quill. Das hast du super gemacht. Schön, schön, schön. Oh, jetzt kommt auch was. Ich fange ab für dich. Ich fange ab. Ich habe für dich abgefallen und du wirst gestorben. Du bist eine Legende. Ich hätte noch ulten können, I guess, aber... Ja, dann hätte er nur jemand anderes kassiert. Hang on! Der hat das Gleiche mit mir gemacht. Er hat jetzt reflektiert. Er hatte Gott gleiche Reflexe. Ich muss zurück, Hugo, ich brauche Hilfe. Ich hatte Überraschungsmoment auf meiner Seite, aber er hat brutal... Nein, ich bin so ein Bot, ich bin so ein Bot. Lauft weg, lauft weg. Heilt euch, ihr müsst euch voll heilen. Oh, Hugo, nicht ins Gift. Ihr braucht Full Life, wenn ihr gegen die Kämpfe. Oh, die Border kommt jetzt auch noch. Kassiert... Er hat eine Riesenrange, ihr dürft nicht kassieren. Ja, sehr gut. Einer, da ist klar. Nice. Nutzt deine Gadgets gleich. Der kann euch immer noch holen. Willchip, dass du... Lass du nicht angreifen! Oh, mein Gott, sauber. Er hat Damage Reflected und ihr habt ihn angegriffen. Egal, wir haben es, wir haben es, wir haben es. Okay, let's go. Er ist der... Nani ist der größte Sniper-Kontakt. Er macht sein Gadget an und ihr ballert auf ihn drauf. Egal, es hat gereicht. Es hat gereicht. Lass noch eine letzte machen, eine letzte. Ja, komm. Oh, mein Gott. Da war so ein Riesen-Gadget-Symbol über ihn drüber. Oh, mein Gott, nervig. Ich bin so ein Spinn, sagt's mir. Ich check ab. Ich sag ehrlich, ich glaube, ich zock wirklich nochmal Piper. Piper ist ja wirklich übergeil. Piper macht richtig Spaß. Das war wirklich eine geile Empfehlung. Hast du ihr Gadget drauf? Ja, das ist dieses Nahkampf-Ding. Aber ich weiß nicht, ob ich... Das finde ich irgendwie nicht so useful. Nee, ich finde das auch nicht geil. Ich finde das andere geil. Ich wünsche zu dem anderen. Was machst du, Huo? Nimm Edgar. Digga. Ich mach mir die einfach... Drei Sniper auf Tresor drauf. Das ist auch so lost. Ich... Ja, das ist ja von uns allen. Das ist ja von uns allen, sehr lost. Ja, aber ich hab 100 Mal gefragt, was ich nehmen soll. Wer ist dieser Legendäre da? Der war Gold, der war Arsch. Was ist los? Ja, Hugo auch mal Kopf anmachen. Weiß man doch, drei Sniper sind dumm. Ja. Ja, ihr beide habt morgen kein Gesicht mehr. Hugo mutiert zum fliegenden Holländer. Ja, kurze Frage. Craigsprider schreibt man Holländer mit E? Weil ich glaub nämlich nicht. Ich glaub, es ist halt schon Holland. Aber nein, fickt euch. Aber keine Chit-Nachricht, dog. Ich brauch hier Hilfe links. Sau, gut, alles gefressen. Tot. Nice down. Was spielen wir denn grad? Tresor? Ah ja. Ja, ja. Wir müssen langsam zum Facken. Oh, wir machen gar kein Damage grad am Tresor. Würde ich mal. Oh, nein, nein, bitte nicht sterben, bitte nicht. Schön, schön, nice. Oh, ich bin down, oder? Nee, komm. Nice. Jetzt können wir drauf. Wir können draufsnipe. Wir haben es dir nicht. Die war ein bisschen. Oh, die Jungen, die ihren Piper trifft aber auch Shots. Das heißt auch. Tot. Wie, was heißt das auch? Ich treffe auch Shots. Ich hab einen richtig schönen Kill gemacht. Oh, noch was Schönes. Ich komm grad ein bisschen. Ich fang grad ein bisschen an zu zaubern. Hau mal die Biene, hau mal die... Schön. Oh, schön. Das ist aufs Tresor getroffen, richtig. Jetzt Damage, jetzt Damage. Damage aufs Tresor, jetzt. Schöne Damage, schöne Damage. Fuck, zwei Dinger kassiert. Oh, ich muss er klein. Das war Schaden, das war Schaden. Cool. Fugo trifft nichts. Hört auf, nur auf Fugo zu achten. Hab die Piper gebummst. Nein. Oh, die... Das ist Wartal gewonnen. Das ist wichtig. Links, 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 links. Links. Ja, ist down. Ist down, hab ich. Das ist tot, Jungs. Nein, 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 nein. Nichts in Fett beschlossen. Jetzt Puschen, jetzt Puschen. Nice. Mach Ulti. Tot. Wir liegen vor, wir liegen vor uns. Mach Ulti, oh mein Gott. Wir liegen vor uns, wir liegen vor uns. Okay, okay, wir sollten es haben, wir sollten es haben. Zwischen Sekunden, come on. Wir haben es, wir haben es. Haben wir, haben wir, haben wir. Auf Last Minute nochmal geklatscht. Nice. Nice. Boah. Oh, Hure wieder mit dem mit Abstand wenigsten Damage. Wie kannst du 25.000 Schaden haben? Das stimmt irgendwas nicht. Ich guck mir dein VOT-Schwerer nochmal an. All right, geil. Es hat ziemlich Spaß gemacht, Mann. Oh, ich habe ein Skimmel bekommen. Oh. Äpfel, die Dynastie-Mike habe ich bekommen. Geil, die zocke ich auch manchmal, deine Mike. Sauber. Sehr geil. What the fuck, die Skimmel ist übelst nice. Ich sehe nicht so viele Skimmel, das ist nicht gewöhnlich, ne? Übelst geil. Streamer-Bonus. Ja, der hat so an. Digger. Finde ich geil. Guck mal, den habe ich bekommen. Nehme ich. Geil. Der ist voll, der ist selten, den kann man gar nicht kaufen. Easy, I guess. Das ist der Season-Skin. Krass. Geil. Ja, sehr geil. Wann zockt mir das nächste Mal? Du willst auch Diamond kommen, sagst du? Ich glaube, ich zock nächste Woche das nächste Mal. Ich muss Diamond kommen, 100%ig. Ja, ja, safe. Wie, jetzt mal wirklich, Gags-Aside, is it possible? Ja. Ja. Wir können auch noch als Letzten noch einen Brawl Stars Creator mitnehmen. Oder über ein krasses aus der Community oder so. Okay, okay, okay. Ja, sehr geil. Hat ultra Spaß gemacht. Wir pushen auf jeden Fall noch auf Diamant hoch. Ja. Ja.